1-of-1 Kamavinga BOOM! 1-of-1 Eduardo Kamar 1-of-1 Pedri Alter Schwede, was denn jetzt hier hinten rauskommt? 1-of-1 Pedri BOOM, wie zweiter heute ALTER! 5-of-5 Ehrlich Haaland Das ist absolute Freude Anzufahrt die 1-of-1 Ich muss sie abholen, sie ist zu wertvoll Janis, ich weiß nicht wie weit du weg wohnst Ich kann mich eigentlich nicht mit der Refershink Die sind zu heavy Legendary Haaland 3.000 Dollar Alter BOOM! 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 Wir haben nichts zu tun Wir haben nichts zu tun Wir haben nichts zu tun Punkt 1 und Punkt 2 Diese Verschiebung der Zeit Auch Sommerzeit kickt bei uns jetzt gerade erst Also Von daher Seht es uns nach Das ist wichtig Dass man das auch erklärt Wieso Weshalb warum 15 Uhr Stand 14 Uhr wird Ist aber kein Problem Denn Wir wollen ja einen First Look machen Dieser Box Und es ist ja nicht so Als hätten wir nicht einige Boxen zu öffnen Und von daher kommt man einfach mal früher online Just a boy from Birmingham Die Karte will ich Ja die wollen wahrscheinlich alle Gibt es aber nur das eine Mal Danilo danke dir für 16 Also nochmal Eine Stunde First Look Nein nicht eine Stunde First Look Aber wir waren uns sicher Dass Jetzt schon Teilnehmer Die eine Box für den Stream haben Da sind Das finden wir heraus Indem wir aufrufen Bitte Vorname und Postleitzahl einzutippen Vogel reiht euch ein Darüber hinaus sind es ja einige Wir haben zweieinhalb Cases Plus den First Look Und je nachdem wieviel Uhr wir dann haben Könnte man ja sogar nochmal Emil Vielen vielen Dank für 5 Gifte Die gehen raus an Steffskiller Elif Dutai Reicherei Strategie Gori Und Aki Ronaren Und Danke Emil Herzlich Willkommen Ja und man weiß ja nicht Man weiß ja nicht Was aus dem Tag noch wird Ich weiß auch nicht Wie lange braucht man Es ist ja schließlich Flagship Paper Set Was ja gleichbedeutend ist Mit 24 Packs A8 192 Karten in total Ich habe ja schon angekündigt Wir werden ein bisschen schneller Durch die Boxen gehen Wie gewöhnlich Weil Sonst Labere ich mich kaputt Ähm Ja und Ne Ich würde sagen wir testen Hier in dem First Look Jetzt schon die Herangehensweise Mein Plan ist es bei 24 Packs A8 immer schon 8 Packs hintereinander aufzumachen und dann 3 Stapel A8 Packs hintereinander durchzugehen Ich denke mal die SP SSP Und wie heißt das USP Die werden wir dann schon sehen Äh Also von daher Kriegen wir das hin Ähm Sollte ich was übersehen Haben wir ja immer noch einen Livestream Chat Und ansonsten würde ich sagen gehen wir rein in den First Look Zum Release Day Club Competition 2324 SSP Pro Box 1 Autograph All Relic May contain Redemption Packs with a special insert may contain only 3 bis 6 Karts Okay okay Ansonsten liegt in jedem Pack Das zeige ich euch mal eben Was ist das eigentlich für ein Zeichen Hobby Edition Mhm Flagship Hobby Edition Also Janik danke dir Liegt in jedem Pack ein Gratis Pack bei Das ist dieses Ein Promo Pack Wo 5 Karten drin sein sollen Bei uns waren es gestern einmal 4 Ich glaube es sind immer 4 Ja ich glaube es sind immer 4 Die haben aber 5 drauf geschrieben Äh so ein Inlay Ähm Das heißt ich öffne von jedem dieses Pack Direkt zu Beginn So werde ich es auch jetzt machen Das liegt immer bei Und da sind ähm Diese Ultimate Stage Karten drin Die später dann Also das sind keine Paper Flagship Karten Sondern das ist schon so ein Ausblick auf das Tatsächliche UCC Chrome Set Das ja wahrscheinlich auch bald kommen wird Und wir wissen ja UCC Chrome ballert jedes Jahr anders Letztes Jahr war es überragend Ich glaube die setzen dieses Jahr nochmal einen drauf Ja Nummer 5 ist Flyer Flyer ist ein Arschloch Hat mich gestern voll geträgert Also Wir haben dieses Design Das liegt jedes In jedem Pack einmal diese Karten bei Amangwa Forson Salzburg Nicolo Varela Inter Ronaldinho Die ist sehr sehr schick Und Olivier Giroux Plus ein Flyer Ja und Vogel Hat gestern Wir haben ja eine Box geöffnet Um mit Zerberus zusammen herauszufinden Ähm Was in diesem Pack drin ist Wo die Packs liegen Ob sie immer dabei sind Weil es ging darum herauszufinden Hat die Tops versendet Oder sind die in der Box Vogel hat seins so rum geöffnet Und hat gedacht Er zieht ein Sedanauto Macht Tilo Tilo Hat er uns schön an den Arsch gekriegt Aber die Ronaldinho ist sehr schick So wird das dann in Chrome aussehen Das sind die Ultimate Stage Promokarten In der Flagship Ja typisch Vogel Ich dachte wirklich Herr hat da eins Dann habe ich gemerkt Junge das ist ein Flyer Haben wir uns gegenseitig beleidigt So wie wir das eigentlich immer dann machen Haben wir uns kurze Zeit Eine Minute beleidigt Und dann war alles wieder gut Smaxi Guten Tag Guten Tag alle zusammen Okay und ansonsten würde ich sagen Sind es 24 Ach Ach Das heißt wir legen alle raus Und wir werden den Tag heute so verbringen In euren Boxen Glaube ich Ist es am sinnvollsten Und das ist dann einfach Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stück nehme Vielleicht auch schon mal zehn Mögliche Lambert Auto auf dem vierten Slot Dann habe ich vor die zu stapeln Zu öffnen Und dann werden wir die in diesen Stapeln so durchgehen Das ist der Plan Weil Paper Leute Ansonsten Abends bin ich heiser Habe wunde Finger Und ich glaube Das sollte so okay sein Ich glaube die gute Karte sagte Plakster nicht Servus ist immer hinten Die entscheidende Aber bevor wir das machen Ist das ja hier der First Look Das heißt zum First Look gehört auch Der Look der Karten Also Paper Stock Das war klar Das ist definitiv 23pt Würde als Top Loader Oder Macintolder reichen Man kann aber durchaus wie immer Regular nehmen Seiwald hier so ein bisschen Snake Skin Style Ansonsten gefällt mir das Ich glaube wenn das im Chrome Look Also in den wirklichen Chrome wird das sehr geil Mir gefällt das Tops Logo So versilber Dann hinten Typical Nummer Name Verein Data Text Appearances Letztes Jahr Career Und das ist dann alles Und dann hatte ich vor das so mit euch durch zu gehen Also man sieht es ja hier auch dann schon leuchten Das heißt man sieht die Spots Sollte irgendwas SP sein Sagt es mir Wenn ihr es wisst Hier zum Beispiel mit so einem Pokal drauf Das hatten wir auch schon mal in einem Set So Moukoko Was auch immer das war Wir starten mit einer Quaratzkel Ja die ist aber unnummeriert Also scheinbar einfach so Box Hit Quietscher Ich würde sagen Da wären wir wieder bei Pink Purple irgendwas Speckle Wenn ich mich hier den Rand angucke Sieht man hier so leichte Whitening Ist bei Paper aber Wenn Folie drauf ist Schwer das nicht zu sehen Also nicht auch zu haben Road to London Das ist ein Special Insert Timo Werner Kann man eine Box Sealed bestellen Ab morgen Ja Guckt mal wer hier ist Ethan Mbappé Rookie Logo Der Bruder Von Kilian Martinelli Hier Atalanta Bergamo schlägt Im Enfield Liverpool 3-0 Doppelpack Gianluca Scamacca Eine Vorlage von dem jungen Herrn Und ich glaube den letzten macht Pasalic Hätte ich nie im Leben gedacht Kobe Mainou Future Star European Knight Und die ist zum Beispiel andersrum Da könnt ihr mir vorstellen Ist das dann vielleicht schon SP oder so Mal gucken ich hoffe es ist kein Auto Es ist eine Golden Star Ball Die kommen aber geil Nicolo Barrella Golden Star Ball Ich sehe nichts Nummeriertes drauf Also würde ich sagen Packen wir sie mal dazu Wir packen mal eben die Die Damit wir so sehen Was ist so an verschiedenen Insatz drin Ja das würde ich sagen passt bisher Drei verschiedene Insatz Golden Star Ball Pink Servus Elona Hätte ich auch niemals erwartet Was meinst du Smixi? Achso dass das 3-0 ausgeht Wann kommt eigentlich das Zubehör Starter Set Ja das ist eine gute Frage Gute Frage Nächste Frage Pagano Di Marcos Galvini Einreihen ist schon möglich Wie immer Oh die sieht sehr geil aus Voreinander Postlef Die ist echt stark Boah Das Design ist aber mal Best of the best Go to win the UCL Final Wunderschöne Karte Also ihr könnt euch einreihen Vorname Postleitzahl Ab gehts Stunde R Was? Hä? Stunde R Gab es eine Zeitumstellung? Hast du mich schon eingereiht? Keine Ahnung Wenn du dich eingereiht hast Dann ja Außerdem reihe ich dich nicht ein Sondern Bird Simon danke für 19 Ich glaube am Anfang Paul ist schon Sehr sehr schickes Design Legen wir mal hier zu Dann haben wir Ada Güler Fermi Lopez ist drin Hier die nächste Now Staring Irving Lozano PSW Eindrufen Auch schick Ist so wie Alter das ist voll das Filmplakat Ja definitiv Now Staring Das haben sie voll geil gemacht Gefällt mir auch richtig gut Sieht sehr schick aus Kommt da drauf Was ist das hier? Alvaro Rodriguez Alacon Barbari Hab keine Numbers Die nächste Road to London Hab keine Numbers Aber der nächste Golden Star Ball Future Star Julian Alvarez Schicke Karte Zweite Immer noch nichts Nummeriertes Wenn ich was übersehe Denkt dran Schreit Bradley Barcola Mir gefällt auch das Standard Design Hier ist was Casemiro zu 150 Das ist so IC Silver Kommt auch extrem 3D mäßig So als würde der Typ so entgegen kommen Sieht sehr cool aus Und die Nummerierung auch ganz cool geprägt Finde ich auch schick hier oben War da nicht grad das Auto? Was? Habe ich ein Auto übersehen? Ne oder? Jetzt muss ich wieder alles durchgehen Hat irgendeiner Hat irgendeiner ein Auto gesehen? Oder war das wirklich nur Schildinho? Keine Ahnung was er gesehen hat? Hier war doch kein Auto Bestimmt auch falsch Also die erste Nummerierte Sehr sehr schick Silver Packen wir mal noch hierzu Den haben wir hier schon mal Da kommt in so einer Box aber was zusammen European Knights Standard Insert Wie rum muss ich denn jetzt? Hier ist noch eine dritte goldene Star Ball Mohamed Ali Cho Future Star Es scheint etwas normales zu tun Drei davon Wir gehen am Ende Das Milans Mischen Richtig schönes Foto Kuma Tornado Theo Der ist gerade im Auge Julian Duranville Xavi Simund Da ist die Cristiano Karte Die gibt es als Grail Karte in dem Set Also Cristiano Hier ist Lamin Traoré Rasmus European Knights Oh Star Ball Gold Lamine Jamal Personal Collection getroffen Yes Sir Sehr geil PSA 10 gegradet Würde ich schätzen 6000 Euro Lewandowski Raffinia Doppelpacker Matcher Sonst kam hier nichts mehr Okay Wir haben einen Hier ist viel los Echt viel los Das war nicht mal die Hälfte Nur Ja ich denke grob geschätzt war das aber auch Muss man sagen Also Wir fassen am Ende nochmal zusammen Damit wir es einmal auf eine Box im First Look gesehen haben Bevor wir dann bei euren durchrushen Als wären wir amerikanische Breaker Zergerus Weißt du ob SP und diese ganzen auch falsch runter Das kann Zergerus Ja das weiß ich auch nicht an welcher Stelle Wie man die ausfindig macht Wie man die ausfindig macht Oh ich muss heute Packs öffnen Himmelmäh GSG sieht das ganze wieder Wegen PSA GSG Jaja das ist richtig Da muss man unterscheiden Pferden Das gibt auch einen Folienberg Sondergleichen Ich sehe im Querschnitt Ein Jersey Ich sehe im Querschnitt kein Jersey Henny Guten Tag Danke dir Machen wir weiter Pacchetta Gestern arg Gelb-Rot gefährdet Hier ist nochmal Eine Pink Ice Speckle Wie auch immer So wie Quara Unnumbered Dann die nächste Starball Gold Davon sind auch viele drin Jack Grealish Die gefallen mir aber extrem gut Jude Bellingham in der Todespose Kameridion Dann Sherton Dur Die ist grün Zu 99 Zweite Nummerierte Gesellt sich zu Casemiro hier oben Bilal Nadir Also auch endlich wieder neue Spieler Das ist cool Das ist eine History History Historic Hattrick In der 13. 32. Und 19. Damals 2005 Gegen Udinese Kaltschiff Davon gibt es Halan in Salzburg Ja Sehr schön Wieder was Neues Boah Aber eine Bandbreite An neuen Sachen Sehr sehr geil Gonzalo Ramos Gold Starball Zack Okay War das mein Base Stapel Und der hier Ich glaube ja Machen wir hier weiter Wir haben Loftes Cheek Ganacho Hier kommt gar nichts mehr War das der Base Stapel? European Knight Trent Alexander Arnold Zia Emery Zia Emery Toon Army New Cast A Conquest Combo Set To Attack Europe Immer so, 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 so Wie sollen wir das denn? Das ist die Die Da hatten wir eben schon die Rodri Jetzt ist es die Salas Scores a Hatrick in 6 Minutes in 12 Seconds Best of the Best Sieht unfassbar schön aus Die ist rot, aber Wirkt nur so Dann Sevilla FC Memorabilia 55 PT Stock Also ja sicher sind die dicker Bernardo Silva Number zu 299 Also 55 PT Haben die Relics Es werden Da müssen wir uns nichts vormachen Viel mehr Relics drin sein Wenn die zu 299 sind Es gibt etliche Spieler Als Autogramme Also ich glaube da müssen wir nichts sagen Dann eine Warren Zia Emery Future Star Golden Star Ball Didier Drogba Damals noch bei Marcel mit einem Hattrick Young Didier European Knights Insert Boah hier kommt echt was zusammen Ey Wieder die dritte Pink irgendwas Rookie Soglo Gestern war 50-50 Golden Star Ball Rico Lewis Wir werden es ja heute sehen Wir öffnen ja genug Boxen Die ist nochmal So Blue Smokey Mario Hermoso zu 125 Dritte Nummerierte Road to London Grealish Und ein Julian Duranville Rookie Golden Star Ball Zwei Personal Collection Karten gezogen Leute Und zwar Lamine Jamal Golden Star Ball Und Julian Duranville Für uns hat sich das bis hier Jetzt schon gelohnt Perfekte Karten für uns Blaster könnten kommen Also habe ich mal gehört Und noch Raphael Leao als Golden Star Ball Und dann hat man hier Einen Für eine Box Gehörigen Base Stapel Und jetzt stellt euch vor Ich hätte euch die Allereinzelnen gezeigt und vorgelesen Dann hat man Lasst mich gucken Drei Nummerierte Das ist in unserem Fall Casemiro Mdur Und Hermoso Wir haben diese Best of the best drin Zweimal bei uns Dann diese Pink Drei davon Golden Star Ball Gibt es richtig viele Aber gefallen mir richtig gut Das sind Eins, Zwei, Drei, Vier, Fünf, Sechs, Sieben, Acht Zehn Stück Bei uns zwei PC Karten Julian Duranville Und Lamine Jamal Dann gibt es diese Hatrix Dann gibt es das Schwarze Pack On Top Wo schon mal Chrome Karten drin sind Die natürlich auch Also ich meine Ich kann es euch mal wieder zeigen Guckt wie sich die Karte Das ist so der 23 PT Stock Und dann guckt die Chrome Deutlich stabiler Und dann haben wir Die European Nights Die Road to London Eine Nose Staring Und eine Memorabilia Relic In dem Fall ist es Bernardo Silva Zu 299 Und es heißt Die Relic contained in this card Is not from any specific Zu 299 Und passen die Relics in der normalen Sleeve und Top Loader Normaler Sleeve und 55 PT Die Standard Karten Regular Top Loader Und Regular Sleeves natürlich Später wenn dann Chrome kommt In 4 bis 6 Wochen Diese hier werde ich definitiv In 55 PT packen Aber hier Geil Ich finde es geil Ich finde es geil Es ist natürlich jetzt Richtig richtig viel zu öffnen Deswegen werden wir Ein bisschen anderes Tempo Wählen Vorne steht Vorne steht Match One Ja auf diesem Ring Steht aber Steht aber bei den Dingern immer drauf Vorne irgendwas Player One Match One Hinten not from any specific Und man muss bedenken 80 Euro Also Man kann vom Paper halten Was man will Habe ich auch am Anfang gesagt Ich wollte das eigentlich sagen Boah nee Flagship lasse ich aus Dann kam die Checklist Dann kamen die Bilder Wenn ich jetzt sehe Wie viele verschiedene Neue Designs Die Art der Aufmachung Dann Relic Und Auto Per Box Chancen auf Echt richtig geile Karten Lamine Jamal First Ever Auto Plus das Chrome Pack Da spricht wenig gegen Aber was ich euch Jetzt schon mal sagen kann Ist das UCC Chrome Set Dieses Jahr In dem Style Mit der Vielfalt In dieser Qualität Mit den Aufwertungen Die UCC Chrome Letztes Jahr Von Flagship zu Das Alter Das wird absolut gestört Holger du kannst dich schon einreihen Das wird wirklich absolut gestört Der erste im Bunde ist Arthur Arthur Null Man muss Ja also Smexi sag ganz ehrlich Für ein 80 Euro Set Lass es Paper sein Aber wir haben zwei Personal Collection Treffer Generell Also Ich find's Absolut okay Ist das erste Auto ever The Elea So Arthur Ich hab deine Adresse auch wie gewünscht geändert So Ich hab deine Adresse auch wie gewünscht geändert Und Ihr könnt euch alle einholen Da ist dein Pack Und ich würde sagen Wir machen es jetzt wie folgt Wir nehmen diese Hälfte Und öffnen die Und wir nehmen diese Hälfte Und öffnen die Was soll ich das auf drei aufteilen Wenn zwei Boah Wenn zwei Vier sinnvoller ist Arthur wir starten mit deinem Promo Wie viel Boxen macht ihr heute auf Wenn wir probieren die Numbers in Ehm 26 Also mit unserer 27 Zerber uns Es sei denn Ich komm gut durch Und wir machen danach noch ein Also Promo Pick Wir haben Luca Modric Phil Faurin Lautaro Martinez Yusufa Moukoko Bei Tops kommt die Boxen Heute Das ist das Promo Pick Keine Numbers Zerberus Zum Tracken Wir haben ja auch Leute die Mehrfach Leute die zwei Boxen haben und drei Boxen haben Zerberus Und Sidan Auto In jedem Promo Richtig geil Für ein Flagship Wahnsinnig gut Hätte ich nicht gedacht Wenn ich das gewusst hätte hätte ich versucht mehr zu bekommen Und hast du ja gesehen ich wollte Ging jetzt erstmal Also Ich würde sagen Domi guten Tag Base Lassen wir aus Haben wir alle gesehen Wissen mal wie ich Wir kümmern uns Um Die Hits Ich habe jetzt SP SSP Gerade bei uns Keine Ahnung Wir gehen nochmal durch Wenn ihr irgendwas seht Wenn ihr irgendwas wisst Sagt gerne Bescheid Ich kann jetzt nicht die Base Noch nach SP SSP Müsst ihr zuhause vielleicht nochmal Genau Geht zuhause nochmal durch SP steht nicht drauf Das geht wieder nur über das Kürzel hier unten Die Standard enden auf 2,3,4 SP werden dann wieder anderes Ende haben Die SSP das steht irgendwo drauf Und USP steht auch drauf Ok Arthur Was ist mit der SSP Das sollte dann drauf stehen Also wir starten mit European Nights Ich werde die Oder meinst du überhaupt was Dass wir Karten sind Das heißt Short Print Die sind geringer gedruckt Haben ein anderes Bild Als die Base Karten Boah Die sehen so heftig schön aus In dem Körper Hier unten Ist er nochmal drin Aber auch eine quasi Sequenz Seht ihr Das ist schon gut gemacht Nicolo Barella Da ist es Da ist es Kagawa Shinji Dortmund Autograph Er wieder typisch japanisch Sehr schön Smexi Guck hier Das wäre was für uns gewesen Kagawa Shinji Also Autogramme sind drin Unnumbered in dem Fall Aber nimmt man mit Legua auch hin Können wir ja auch mal grob Ich weiß nicht 1-1 Dann geht es weiter mit diesem wunderschönen Starball Mir gefällt das der Ball so im Hintergrund Einfach gut Haben wir letztes Jahr Wann waren diese Starball In First Edition Das erste Mal Haben wir sogar auch Marcel und wir Richtig graben lassen Die Scheiße Ein paar Kette Wayne Rooney Auch ein Mann Hattrick gemacht Die Insätze kommen alle auf den Stapel Ich werde euch das ein bisschen aufteilen European Knights Barella Und Gio Reyna Noch vor dem Nottingham Wechsel Guck mal hier Paris Brunner Rookie Forward Er wird also Audrin sein Stark Alejandro Garnaccio Davon gibt es 3 Oder gab es eben 3 Das ist Koke Die nächste Gold Starball ist Angel Adacon Kubasi hat übrigens wieder ein Spiel gemacht wie in Irwisch Was ist mit dem? Ein Verteidiger der so abgeht Ich glaube das wird der erste Verteidiger der auf dem Markt Value generiert Oh die ist sehr schön Laminia Mal European Knight Die werde ich obwohl es nun Standard Insight ist Auf jeden Fall Sliven uns hier drauflegen Steinschweiger und Tag Dann haben wir Ansu Fati Danke dir für dein Sub Und eine Golden Starball Garnaccio Davon waren es eben 10 Da ist die erste Number Die geht an Evan Ferguson Brightenhove Albion Die Top load ich dir am Ende Die Bruno Und Golden Starball von Schon wieder ein Asiate bei Celtic Yun Yun Yang Okay Das ist die Ausbeute Die Chrome können wir drüber Hier kommt ein Top loader drauf Und das war erst die Hälfte Auto hast du auch schon Also läuft Ich sag mal im Preis-Leistungs-Verhältnis kann man hier nicht meckern Und ich hab jetzt schon Boah das UCC Chrome Set wird gestört geil Wenn das die Grundlage Und das ist ja die Grundlage Und das ist ja die Grundlage Von UCC Chrome Plus die Aufwertung Die Topps bei UCC Chrome macht Puh Das wird leider im Personal Cases enden Erstmal nicht Das liegt aber auch daran Dass wir erstmal 200 Cases öffnen Und eine Box 24 A8 hat Chinese ist es okay Dann machen wir weiter Da ist Lamine Das Vogel macht einen Mucken hier auf der Seite European Knights Isak Das ist was für andere Future Star Rico Lose Dann eine Phase wo nichts kommt Da ist die nächste Number Die ist Vitinha zu 250 Kommt hierzu Golden Starball Antonio Silva Zack Wenn ihr überlegt Was hatten wir jetzt an Oniman Sets Die Kleinen mit 1 zu 2 Quote Da sind fast genauso teuer Als 2 Mark Ist das voll in Ordnung? Ja definitiv Da ist die Now Staring In dem Fall Alexis McAllister One Perl Box Wie es scheint Wie gesagt SP und so weiter Müsst ihr gucken Die Zahler die hatten wir auch Kommt zu Barella Da ist das schon wieder Lamine Jamal Was ist das? Ada Güler Das ist eine SP Die sah doch eben anders aus Oder nicht? Wir hatten doch Bueller schon Die Nummer mit einer normalen Base Karte Also Jo ist es Das habe ich Das ist Auge Junge Standard Nummerierung ist 234 Die hier Das habe ich doch sofort gesehen Ist 270 Das heißt die SP Short Print Bedeutet auf gut Deutsch Sind nicht so häufig gedruckt Wie die Standard Basis Karten SP Short Print Enden auf 270 Auf den steht es nicht drauf SSP und USP Da steht es drauf In dem Fall also Ada Güler Werde ich die gleich top loaden Arthur dann weißt du das Das kommt hier auf Vithinia Dann haben wir European Knight Das ist die Starball Dominguez Alveres Auto wird es jetzt Weil viele gehen Also mehr Ja der Alveres wird jetzt Überall drin sein Ja Den sehe ich dann auch eher in Chrome Oh eine Ethan Mbappe Rookie Gold Starball Die dritte Nummer Katrin du kannst dich einrein Ja Ist 199er Rafamir European Knights Winnie Martin Oedegaard Das ist die dritte davon Das passt auch Christian Pulisic Gold Starball Und hinten raus haben wir noch Eine best of the best Rodri Also das heißt Rodri und Sala Hatten wir auch beide Das scheint häufiger Sofort zu kommen Und dann sind wir durch Deine Golden Starball Deine Pink Komm hier mit drauf Ich pack dir ein Die Numbers Also hier Low Numbers Low Numbers zu ziehen Ist ja klar wie schwer das ist Die Top load ich dir wegen SP Dann haben wir Vithinia Numbers Fergusson Numbers Wir haben die drei best of the best Und mitgenommen hast du ein Shinji Kagawa Arthur Erster Auto Erster Auto Bei uns In Stream gezogen Von Shinji Kagawa Erster Short Print Und erste Short Print Und erste Short Print Arthur hat uns hart weg Entjung gefahrt Paul Auf gehts Moin Buddy Crafter Such du aus Das lass ich mir nicht zweimal sagen Dann kannst du am Ende immer auf mich schieben Das ist das Beste Wirklich Also Paper hin oder her Aber schön Respekt an Tops Sehr sehr schönes Set Paul Wir haben in dem Oh hier kommt eine Number glaube ich Das erste Mal in dem Promopack Karin Benzema Erling Haaland Marcus Thuram Und zu 25 Rookie Ultimate Stage Amant Vaforson Aber ey hast du jetzt schon Zack Okay Hast du schon mal an ihren Vorsprung rausgearbeitet ne Und natürlich das obligatorische Zidane Auto 25 Kann man nehmen Aber das heißt doch auch Wenn jetzt Chrome dann kommt ne Und diese Ultimate Stage Karten Die ist ja dann aus Chrome Ich glaube das ist nur ein Subject Ich glaube das ist nur ein Subject Die 2 von 25 Ultimate Stage Von äh 4Sone Darf ja dann nicht mehr In Chrome drin sein Ne das ist ein Subject Das deutet nur darauf hin Das ist doch nicht das Chrome-Same Wie es da nimmt Achso Ich dachte die nehmen die Numbers vorweg Die haben ja auch andere Tüte Die haben ja auch andere Tüte Für sieben sind das Tüte Okay Dann legen wir los Hier gehen die Base wieder so Oh 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 Hier Das verdient direkt mal ein Top-Loader Die werden, selbst die werden am Anfang auf Ebay wieder astronomisch hoch sein Lamine hier mal Und ein Ganaccio Starball Gold Davon gibt es nur 3 pro Box von jedem Spieler aus der Checklist Rechne den mal hoch wie hoch Die Chance ist den Lamine zu ziehen Wir hatten den Was war das? Starball ne? 200 Base Karten Bespricht Set Schon gut Scherndur European Knights Insert 200 Hier kommt eine Ansu Fati Wieder zu 25 Orange Numbered Die tue ich auf die 4-Song 25 Das ist einfach 2,25er Paris Brunner Morgen Vormittag tippe ich Brunner Ricardo Pepe Oh 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 5 Goals 1 Game Da ist die Hand Das ist so geil Die Karte ist ja mal mega Guck mal der Blick Junge ich habe 5 gemacht Wunder wunderschön Sehr schöne Karte Auch Oh was ist das denn alter Gio Äh GG Relic Auto Das geht Zu 9,90 Donnarumma Was ist das für ein Set Voll geil gemacht Ey Ciccio Das ist dann übrigens Offensichtlich Nicht mehr 55 Bitte Wo kommt das her Junge das ist eine 80 Euro Box Voll gut Donnarumma Kommt zu den beiden 25ern Hier die Talant Hier die Lamin Und Starball Erling Und Barella Europina Oh sorry Falsch rum unterwegs Ne Ne Stehe hier Doch Super Ok Karim Benzema Damals mit dem Head Trick Junge Jo Das war aber eine harte Hälfte würde ich mal sagen Ich wette die auch top long Weil die wunderschön ist die Karte Und sein Blick Und die 5 die er aufhält Ist richtig grandios Die Ultimate Stage gehen auch schon mal Cooles Produkt Sehr cooles Produkt Ich hätte nie gedacht Äh und Cerberus Du weißt Du hast ja dann auch zugeschlagen Du hast ja selber sowas geschrieben Irgendwie Ist ja schon schlimm genug Dass ich bei Flagship schwach werde Aber Ich würde sagen Völlig zu Recht Für Flagship Und ich war Völlig bei dir Wahrscheinlich bei den meisten Die gesagt haben Ne Flagship Boah ne Aber Respekt Wer es selber macht Da ist wieder Paris Da ist die nächste Best of the best KDB Da muss man gucken Weil die auch so ein bisschen Na ja Folierter herkommt Mit Farbe Da könnte man auch meinen Das wäre numbered Das ist diese Sevilla Special Card Das ist Row 2 Santiago Jimenez Der für Feyenoord Alles kaputtball hat Da ist die Now staring One per Box Du ziehst Harry Kane Doch wer Also hier drin Keine SP Aber Ist uns halt nicht aufgefallen Das heißt nicht Dass er nicht drin ist Eben bei Ada Güter Weil ich das Bild Eben mal vorher Im Blick hatte Wie seine Standard Karte aussieht Ist es mir aufgefallen Ich könnte mir Oh Auch noch SP sollten ja auch nicht in jeder Box sein Sonst ist es nicht mehr SP Ja Waren ja letztes Sonst auch Aber vielleicht haben sie das geändert Denn SP bedeutet Selten Also wäre schön Wenn nicht in jeder Aber ich würde dann an eurer Stelle durchgehen Wie man das auch immer machen will Noch eine De Bruyne Wie viele sind denn davon Das ist ja die Zweimal De Bruyne Keine Dann sehen die gleich noch Ja Jared Bowen Der hat gestern gefehlt Beim 2-0 von Leverkusen Taremi Alvaro Rodriguez Hier ist Golden Starball Oh hier Messi Vierer Pack Damals gegen Arsenal 21 37 42 88 Natürlich Sleeve drum Ja genau USP ist nur eine Tarte Die nächste Nummer Dion Cameri Die ist zu 250 Und dann kommt hier nochmal ein Gianluca Mancini Plus ein Goldner von Kyogo Kann ich mich noch einhören Was heißt denn noch Ja Wenn du hier gekauft hast Reih dich ein Vorname Postleitzahl Zack 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 Hier kommt ein Top Loader drum Also SP musst du dir nochmal rauswischen Ich wäre aber auch der Meinung von Vogels Wäre viel schöner wenn SP nicht One per Box ist Weil dann ist ja irgendwie auch nicht mehr SP Aber Laminia mal in diesem Ich würde sagen was soll das Speckle Pink Purple Numbert Cameri Vati Du hast die Numbert schon in dem Promo Pack Zu 25 von Forsorn Und du hast einfach Relic Auto von Donnarumma gezogen 99 Sehr der geil Helguell Helguell schreibt SP sind mit N Nummer 70 SSP mit N Nummer 71 beim Code auf der Rückseite Und es soll ja auch noch die USP von CR7 geben Aber Helguell Ich glaube bei SSP steht auch SSP auf der Karte Und bei der N Nummer 70 SP siehst du es wirklich nur über die N Nummer Weil die beiden Buchstaben nicht draufstehen Jasper mit 2 Jasper mit 2 Ok bei 2 machen wir das nochmal anders So Pro Valo gibt es eh nur eine Die sollte man eh erkennen Wenn man sie Die wird doch dann auch garantiert eher Chrome dick haben Bin mittelisch sehr gerne Ich danke dir fürs Bestellen Vielen Dank euch bei einem guten Job Jasper bist du da Jasper bist du da 1 und 4 Alles klar Gut Jasper Dann machen wir das jetzt nochmal anders Weil du mehr als 1 hast Das ist dein Promopack Das kommt weg Das kommt weg Weil übrigens meine Arsenal Box wurde vor ein paar Tagen verschickt Soll ich die per Insel schreiben wenn ich die öffne Weil du wolltest ja sehen Äh du meinst diese Invincible Bist du sicher dass sie schon verschickt wurde? Ich glaube nicht Smagsy Weil ich habe die auch Incoming Und meine Info ist eine andere Aber ja du kannst mir trotzdem gerne schreiben Vielleicht können wir dann da kurz drüber sprechen Dann kann ich dir sagen Ich bin relativ sicher das dauert noch so 3 Wochen ungefähr Legst du die Boxen ab oder schmeißt du die? Was? Legst du die Boxen ab oder schmeißt du die? Den Papier schmeißt du und die anderen nehmen Die übrigen Steine Die oder die Boxen Die landen hier unten wieder im Case Ja Guten Tag Und wann sind die UCC im Shop für den Stream? Waren sie schon? Wir öffnen gerade schon S.. äh XFS Hört sich an als wenn du die weg legst Naja das Gens steht hier unten Falls du damit andeuten willst Dass da irgendwas mit passiert Kann ich sagen Es passiert nichts Oh Er hat sich schon gelöst Forster Promi Streamer Boxen können schneller geöffnet werden Du meinst Smexi oder was? Smexi Was ist denn äh Was ist das denn für eine Taktik? Megabulk erstellen Habe ich eben drüber gesprochen It's goofy Das ist Paper 24 Packs A8 Karten 192 Karten pro Box Wir öffnen heute 27 Boxen Wenn ich hier jede Karte einzeln euch zeige Und jeden Namen einmal nenne Weiß ich nicht Ja das passt Aber immer bei Flagship Bei Flagship musst du das so machen Ansonsten Sehst du dein Leben nicht mehr glücklich Wir könnten diesen Ami-Stil eigentlich selber nicht gut Aber hier Bei Chrome Bei Chrome werden wir es wieder anders machen Du musst aber auch gleichzeitig sagen Wenn du eine gewisse Menge in einem Stream öffnest Ja Wenn du nicht für 3 Boxen 6 Stunden brauchen willst Ist dann Ist natürlich ne You know Wo kann man denn zum Beispiel Was anderes liegen League 1 Serie A Kommt immer drauf an wer die Lizenz hält League 1 ist Panini Lizenz Karten davon Kommen jetzt auf jeden Fall bald in Donrass Ja Aber nur teilweise Nur League 1 gibt es glaube ich nicht Wenn dann so Adrenalin In Panini Frankreich Ja Also es ist immer eine Lizenzfrage Sehen schein Entzündung Inca Ja irgendwie so Das ist Box 1 für Jasper Obame haben gestern ein wichtiges 2-1 Anschluss-Treffer gemacht Damit Benfica nicht mit 2-0 ins Rückspiel geht Wieder mal Oba Muss Salah hier mit einem Dreierpack Ne das brauche ich nicht Die erste Number ist zu 25 Nicolo Barella Joao Neves Ist das nicht so ein super junger Typ 2004 Ich hab jetzt so ein Wenn World Cup 2030 anfängt Ist der und der Spieler so und so alt Da denkst du dir wow Die sind ja noch so jung Zaccani Road to Dublin Olympique Ndiay Und Julian Alvarez Kommen bei Panini Select Erst geht es los mit Panini Select Äh La Liga Das ist das erste was kommt Lutz danke dir für dein Prime Dann haben wir hier Barella Und Wie geht das denn mit den Fingern Yusufa Moukoko Kubasi ist noch nicht drin Naus Staring Benjamin Shesko Karim Benzema In diesem Best of Boah das Best of the Best Design Stellt euch die mal vor in Superfractor Ich weiß nicht Ist äh Hat das einer zufällig gesehen Cerberus oder Co Superfractor in Flagship Superfractor Design Oder Einfach One of One gedruckt Yulpin Knights Jonathan David Ne Select nochmal nur Personals Da reicht auch die Menge nicht für irgendwie mehr Dann Starball Tyrann Dann geben wir die schon mal rüber würde ich sagen Eine Number Zwei Best of the Best Ich habe das Promopack gar nicht geöffnet Mache ich gleich noch erstmal Foilfractor sind es oder Ja so Superfractor Das ist die entscheidende Frage Superfractor One of One oder nicht Weil Superfractor Design ist für mich das schönste was es gibt Andy Cole Manchester United Damals 97 gegen Was ist denn Was ist denn das Feinot Dann European Knights Marcus Rashford Und eine Jeremy Dokus Starball Gold Ein Relic Ein Auto Ein Auto Relic Neymar Hattrick damals Gegen Celtic Und direkt dahinter Komischerweise Was ist das denn Michael Owen Auch Patrick Das ist Beim 6 1 Okay Nicht nummeriert Komisch Zweimal hintereinander Jude Ich tipp auch das Dann nur irgendein Gold Foil vielleicht Jonathan David Ist Zu 50 Wir hatten 25 und 50 Dann haben wir die Starball von Ali Cho Ian Ja okay aber das Ist geil Aber Stimmt die gibt es ja hier auch noch Das klärt die Frage leider nicht Ob Superfractor Look oder nicht Dann Evan Ferguson Und Victor Usimen Starball Gold Da ist das nächste Auto und zwar In so einem IC Design Alvaro Rodriguez Real Madrid Die einzigen die wieder keins hatten Vogel Sind wir Wir hatten Bernardo Silva Unnumbered Relic Nein Numbers für 299 Laut Checklist heißen die Foil Fractor Okay dann ist es nicht Superfractor Wir werden es vielleicht noch feststellen Dann der Starball von Zahe Emery Rico Lewis als Best of the Best Youngest Player to Score und Champions League Debut Taremi Ihr habt die 35pt 6fach-Megg im Shop-Polte direkt beim Helder Ich habe schon 2 Anfragen geschickt mit 50 für meine Helden Wir holen die von Ultra Pro Und dann Eduardo Camavingas Starball Und hier kommt Oh die sieht auch schick aus Farbe ist geil Das ist so wie das Alvaro Rodriguez Autograph Hier nochmal Die sind dann nummeriert zu 75 Harry Kane Und Joey Linton Pink Starball Rico Luis Okay Das heißt deine Numbers kommen von Kane Ah Jonathan David Nicolo Barrella Autograph kam von Alvaro Rodriguez ist zu 99 und sein erstes Promopack Sieht Ähnlich wie das hier Das Foil Fract war auch aus Okay Sieht aber auch nicht schlecht aus Da sind nicht Kreise Sonder Aber sieht trotzdem voll geil aus Boah Schön Giroud Oseman Charlanoglu Und Alfonso Davis Plus Das Zidane Auto Box 1 Für Jesper Auto Drei Numbers Passt alles SP Und Kollegen Jasper Musst du selber einmal durchschauen Bitte Blue IC Okay Sieht auf jeden Fall sehr sehr schick aus Ja aber ist schön Decksammler Vogel hat es mir gerade gezeigt Von einer Jeremy Doku Ja Okay wir starten diesmal in dein Promopack Jasper Box Nummer 2 Hinten sieht es standardmäßig aus Kimmich Julian Duran Will Hier ist das Rookie Logo ein bisschen nach unten gerutscht Aber das ist definitiv Sleeve Harvats Kai und Kilian Mbappe Vielleicht zu sehen wir ja heute auch eine Mein Infoback eine Flagship so etwas zu ziehen ass hohe Ansprüche formuliert aber one of one oder diese jude karte nachdem man jetzt weiß dass eine davon drin ist inscription autograph ich glaube da steht drauf just a boy from birmingham one of one und das one of one hat shoot halt selber drauf geschrieben ist sehr geil okay box 2 hier das ist die standard ader die hatte ich eben gesehen und wusste okay die sp sieht ein bisschen anders aus vogel öffnet nebenbei auch eine box die abi nach das ist die wo wir gestern wegen dem promo pack geguckt haben das war noch won't go to european knights und marcel sarwitzer die jude karte ist direkt rennt ist die jude nicht schon raus ist immer alles schon raus lohnt sich eh nicht das set ronaldinho ich weiß ich habe hätte man die karte nicht irgendwo gesehen da ist das nächste auto barca an number zwei aber alejandro balde wieso ziehen wir denn so ein verkackter relic ja sicher ziehst du noch eine relic balde auto und scheren durch ist irgendwie immer nur scheren kevin de bräune powers the citizens to board the ucf 1 santiago jimenez hatten wir alle sabitzer diesmal number hat man nicht irgendwas von sabitzer star wohl eben schon zu 50er sabitzer und rafinha star wohl wenn ich so sehe mache ich ins lief drum weil er mich muss dann baumgartner garaccio happy release der minzi guten tag jonathan david und das war die geschichte okay also auto schon wieder ein paar von den golden star wo ich glaube es fehlt nicht mehr wir haben sabitzer number eine ich hoffe vorgesagt oder irgendwie sowas das würde gut tun also ein auto jasper und eine 8050 massel sabitzer könnte mir zufällig sagen jona du bist hier nach dran aber grundsätzlich wie immer alles in der reihenfolge also slatan riecht alles danach als hätte slatan für panini unterschieden wie servos gerade schreibt bisher nur score serie a aber schreibt für select und kommende panini set dass da vielleicht ein paar ibrahimovic autogramme drin sind exklusiv only panini macht den eindruck ja einer schreibt jetzt lief hello again lief zählen im wenig ok weiter geht's jasper ali cho das ist eine number future star zu 250 insert von johann bakayoko ethan mbappé rucki pink olivier giroux best of the best rico louis plus el sharavi und alvaro rodríguez jamal musiala european knights der hatte gestern seine european knight alt der hatte gestern seine european knight alt als er doppelpack plus vorlage quasi in enfield gemacht hat pablo barrios und hinten raus haben wir noch ein youth and experience set to lead in munich bayern number zu 299 und hierhin bakayoko kommt hierhin und jasper dann kannst du erstmal schön sortieren ich bin gespannt jasper vielleicht schreibst du uns hast du hast jetzt zwei boxen gehabt ob du das base set mit zwei boxen voll bekommst dann einfach um ein mischverhältnis gefühl zu bekommen drei nummerierte bakayoko die bayern sabica und das auto kam von alejandro balde es wirkt ganz so tobi 299 ist das was wir bisher gesehen haben unter anderem auch unsere relic wir danken wir jasper so jona aufgeht und 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 ja das deckt sich mit dem was wir gesehen haben aber das auch relic auto gibt ist schon cool war jetzt nur jijo aber es gibt auch diese one of one ticket oder ticket auto ja aber das sind ja die save redemptions weil diese lose die liegen ja irgendwo in keine ahnung dann wuchst du gut so jona dein promo pack hat hinten nummerierte wie es ausschaut peter ratkow jude bellingham xavi simmons und zu 99 grün ultimate stage ödegaard zweite sehr groß ja also nico zum ersten eindruck muss ich sagen erst dachte ich paper ist nix lasse ich weg weil die letzten jahre paper set fand ich jetzt nicht so geil aber aber dann kam irgendwann die checklist dann kam da minimal bild dann kam andere insert bilder dann kam das mit jude jetzt öffnen wir das und diese vielfalt das design für den preis preis leistung saustark aber gleichzeitig mit einer vorfreude die sich hierdurch ergibt auf ucc chrome hobby die und dann auch sapphire und so boah die das werden also ich sag mindestens ein personal case ucc chrome wenn wieder so dual triple autogramme und wer weiß was ich tubs hat einfallen lassen drin ist also auf gehts für jona eine rafaleo road to london santiago jimenez star ball now staring harry king this is one pearl best of the best barella da scheint es nicht so viele zu geben entweder haben sie in paper weniger ja aber sind ja häufig auffällig die gleichen oder best of the best 10 stück gibt es das ist ja nicht so viel european knights dann starboard mason mount united der fehlt ja noch hier gibt es noch die sind heftig so rauchig blue smoke 125er fränke de jong antoni silva ne ich glaub nicht dass sie die punkte haben aber sie wird ein cleanes chrome design haben mit milambo road to robert lewandowski starboard die nächste number ist christian christian number zu 250 oli watkins ich glaub schon wieder getroffen in was war das conference league ganaccio auffällig oft als goldene star wohl drin muss man sagen eric lamela eric lamela zivier wie viele namens zielten drei sind es immer immer und rafa silva also jona wir haben wir haben ein fernke de jong und du hast die namens oerdegard im promo pack das gebe ich alles schon mal rüber mal gespannt ob ihr in hidden jam dabei habt gestern schon griesmann gesehen die sind auch wieder hier drin auch das ist brutal oregon's first look haben wir nicht gemacht ich glaube die öffnen wir zu hause die oregon's also nicht on stream heute ist komplette widmung release day stream von diesem set aber oregon's werden wir öffnen da ist ja wambi drin da müssen wir ja was willst du machen ich stell dir mal vor so ne snake skin oder tiger oder so ist das nicht oregon's in diesen designs von wambi ja man da sind diese vier Augen für auch ein patch mit autopatch lässt auf dich warten jona ich bin gespannt ich drück dir die daumen bisher glaub ich die einzige nur revik hatten vogel und ich und was was vogel da jetzt macht wieder kommentarlos wambi wo in der neuen oregon's max guten tag weiter geht's paris brunner dann haben wir mosala best of best das design ist so geil guck mal hinten wirklich einfach die stadion szene in seinen körper äh jared bowen taki kubo und alvaro rodriguez alan shira hatrick man hier ist die grüne das ist die dritte nummerierte also damit müssten wir durch sein jona das ist ein 199er chuameni jetzt fehlt was fehlt relic oder sowas die nächste rookie star bowl gold ethan mbappe hallo marina european knights kilian martin oedegaard european knight alvaro rodriguez star bowl auch extrem häufig drin komisch dass mir das auffällt weil davon müsste es doch oder gibt es diese star bowl nur von bestimmten spielern das würde eigentlich eher zu dem passen was wir jonas ist passiert was soll ich sagen du bist im klub luis muriel atalanta berger morelick zu 299 steht hier nicht hier steht müsste jeder haben aber fällt das sind ja immer chern du manchmal ist manchmal ist chern du zwar der k sieht vielleicht anders aus viel zu auffällig ja naja bei dem produkt darf man nicht viel erwarten für den preis ja du kannst auf jeden fall nicht erwarten was weiß ich was zu ziehen ich finde das ist ist top schöner spart ja genau so viel zwischendurch mal nur in anführungsstrichen 80 euro dafür kriegt man auf jeden fall was geboten furuashi hier ist noch ein harry kane staro und dann hinten raus noch ein kaka ac meilern hedrick gegen anderlecht damals das heißt chuameni bekommt noch sein von gold starball gibt es nur von hundert der base karten ja aber christian hier ist ja jetzt chern du achtet mal drauf das ist doch der achte oder neunte zu auffällig dass da eine mischung fehlt chuameni war numbered und leider nur relic zu 299 ach wie gesagt so eine knockout zu 2 kostet auf dem zweiten nach genau so viel wie dieses produkt knockout ist teurer auf dem zweiten nachher bei 1 zu 2 kostet knockout mehr als das hier ja nochmal abends nicht 2-3 öffnen finde ich auch absolut in Ordnung jürgen für 80 gibt es auch dort und heldenboxen ja aber die sind so alt also da würde ich mich jederzeit jetzt aktuell ich bin immer sehr auch so aktuelle dinge die sind schon cooler die 1 bitte wenn dann nur die mischung fehlt würde ich das so hinnehmen ja ja stimmt aber ich habe vom gefühl ich meine das müsste jetzt einer nachhaltig scheren du es da wohl und diesen alvaro rodriguez extrem häufig schon gesehen da fehlen auf jeden fall andere guns jürgen wir starten mit deinem promo pack und da ist schon mal eine richtig schicke karte episches foto christiano rasmus hölljund ich weiß jürgen du bist menu fan und hölljund fan also das liebe ich dir denn auch de bräune und gavi coole zusammenstellung das hat sich total gebessert das ist ein richtig starkes paper set hier also ich kann es nur noch immer super release ein wahnsinnig guter release wenn ich mir eine oregon stoppe könnte die auch im stream öffnen luka magic wenn dann ganz am ende vom stream die würde ich auf jeden fall auch gerne sehen und coole und ich öffnen davon heute abend auch bis zu ein paar boxen habe ich schon laminia mal auto verpasst fünf stück bodycrafter ok viel mehr noch her was ist das für ein schwarzes pack das ist ein promo pack schon mal quasi als vorreiter für die chrome hobby die ja dann bald kommt das ist ja flagship ucc paper das ist immer das erste set des jahres was ja schon diese chrome geschichte einleitet und das ist schon mal ein insert der dann in chrome sein wird vier karten daraus sogar mit chance auf numbered karten eins liegt jeder box dabei ok bis wann läuft der stream muss sowieso bis 19 dann lass die zeit luka meld dich gerne nochmal ich denke dann sind wir noch online ok auf gehts jürgen rodri ok hier sind es zehn dass die sich wiederholen macht absolut sinn european knight dann jamie beino gittens achte bitte mal mit drauf dass oder das kann ja nicht nur ich im gefühl haben oder star ball komische mischung cristiano ronaldo hit trick karte dann haben wir dion sterling defender rookie blue number zu 255 von den rangers lautaro star ball gabi hallo madoin vini tun army barella oder adagüller star ball ich sag es kommt man scheren du oh die ist dies jürgen die ist saugeil die feier ich ja die hätte ich die würde ich sofort in die personal collection packen weil in dem trikot ist erling gibt auch sp und ssp oder ja die frage ist nur sp sieht man nicht steht nicht drauf muss man herausfinden übers kürzel endet auf ich glaube 270 und dann die noch seltener da steht sogar ssp drauf aber wie wir die filtern sollen ist die frage dafür müsste ich die fährt zu psa die ist zu gut die hätte ich auch echt gerne ne luca das passt zur notlegenden haben rafaleo rico luys oh die ist auch wunder wunderschön arminia mal european night rookie insert eine usp die willst du bestimmt haben irgendeine special ronaldo card zaid ben rama und koke ok also wieder geil ich meine es ging schon damit gut los dann hast du hier diese early hatrick karte auch wenn es einfach nur standard paper ist und wieviel number wir hatten eine number jürgen bedeutet in diesem stapel der hier müsste ja noch ne zweite und ne dritte kommen ja aber was meinste die selten die sind Marcel aber egal allein dass sie drin ist wertet das set wieder auf hier sind einige chases drin ich glaube wir tragen heute keine hits ein ich glaube plaksa ist unterwegs äh und ja gut was hätten wir wir hätten jetzt diese autogramme eintragen können aber das lassen wir heute mal außen vor ja ja stimmt die güler war nicht schlecht wie seht ihr die da nie anhalten körper auf ebay keine ahnung ich sehe die bei 1,99 startpreis auktion und gucken wo sie hingeht da machst du nichts falsch mit es sei denn du schreibst den namen falsch so weiter geht's bei uns würde ich die eh nach PC sehen ja wir würden die behalten Rivaldo das ist ja eine und hier direkt die Hattrick Messi hinterher ok jetzt hast du hier die Haaland Hattrick die Messi Hattrick und Rivaldo Hattrick wenn das Auto geht schaut eh ich kann sich genauer an rookie nights rush fort 5000 nicht aber Hu Yunyang grüner Rookie number 2, 199 zwar der letzte seiner Art Bruno aber jetzt kommt natürlich kein Scherendur Starboy dann Radkov Julian Alvarez Now Staring Minjee es fehlt noch eine Navat und der Hit so immer der Hit ist wir haben wir Sala Starboy Fonsi hm wir sind gleich durch Julian Jemand muss ja noch kommen im Querschnitt sehe ich nichts dickeres dickeres also muss es ja eigentlich ein Auto sein aber da muss was jetzt kommen und zwar hm jetzt jetzt kein Hit ja ich sehe keinen ja ja hast da habe ich irgendwas übersprungen haben wir irgendwas nicht gesehen wie immer die Frage kein Relic kein Relic keine Auto hast du schon irgendwas bei dir nö also ich müsste dann jeden Stapel nochmal nö weil bisher hat alles gefasst hier ist nichts drin oder dachte auch wieder ich habe eins gesehen was ja das sind aber die Logos unten drunter die ist doch falsch rum drin ja die ist doch falsch rum drin geht also das wäre die erste Box wo Relic oder Auto fehlt pro Box das erste Mal nicht ne also hier nicht in dem Stapel von Vogel scheinbar auch nicht Jürgen oder Auto pro Box das erste Mal nicht leider auch kein Pack mehr über müssen wir weiter beobachten Jürgen und dann einfach mal schauen wie wir das gelöst kriegen ich werde das mal aufschreiben ja und äh vielleicht kommen ja die Blaster von Tops und wir kriegen das dann vielleicht mit so einem Blaster weil ein Auto nachsinden geht natürlich nicht ähm wie sagt man gut geschrieben Entwertet verwertet wenn du zuhause noch eins findest sag gerne bescheid macht nix danke trotzdem der restet dafür echt gut aber sollte schon drin sein weil es steht ja definitiv nicht irgendwie on average hat bisher gepasst aber ich habe leider damit gerechnet dass das passiert passieren kann holger ist glaube ich dran zwei stück ok holger dann hau mal raus 1234 würde beim hersteller nachhaken ja wir haben es ja uns stream gemacht ich kann mit dem tops kontakt sprechen sagen in der box fete diese garantierte relic oder auto und da müssen wir sehen wie was machen es wird irgendwie darauf hinauslaufen dass er sich vielleicht ein fans set oder blaster wenn sollten sie nach europa kommen aussuchen kann eins und drei das sind die beiden holger vielen vielen dank wir legen los hast hast du 55 oder so weil das eine war ja schade vogel hat auch einen rallye vogel kann nix wer ist es spieler war es auch nicht mann 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 olmo olmo zuhundertmal naja mal da zu viel masse was tops raushaut naja aber das ist ja flagship dann chrome und so das ist ja nichts neues ne mann mann kann vielleicht das eine oder andere set rausnehmen finde ich auch was ich nicht bräuchte wären so team sets und fansets ich bin eher so hobby freund aber okay muss jeder ist für jeden was dabei am ende man muss das ja nicht kaufen holger auf geht's wir haben alle jemi angel alakon randall kolomuani und raffaele aber dafür musste glaube ich die packs aufheben die box aufheben genau und dann hast du ein paar gute karten gehabt die du eigentlich behalten willst die gibst du dann dafür auch dann würde ich wäre es mir sage ich jetzt ganz eindeutig für eine flagship box nicht wert außerdem jürgen hat es on stream gemacht ich werde mich auf jeden fall versuchen um drum zu kümmern hi lukas malzeit lukisch nächster lukas lukisch ok olga wir starten mal mit dem hoffen wir einfach dass das nicht allzu oft vorkommt weil das sind immer so leichte downer aber hier sieht man die 550 schon kommen ok evan ferguson das ist donna roma wie du dicker hit definierst musst du dann am ende wir reden ja hier über eine flagship serie chiller was ist das hier einfach so falsch rum drin future star alvarez aber zwei drei vier kann ja nicht osimen angel di maria ich glaube der hat auch schon wieder getroffen für benfica lamine dispense mal als best of the best auch falsch rum drin aber auch wieder nicht das macht eine irre berlin harland european knights ronaldino hatrick was haben sie hier gemacht wie auf einmal das war eine querkarte könnte sp gewesen sein welche war das ja wogen muss gucken aber das sind auch manchmal so team dinge ne köln now staring marcus duram also davon haben wir jetzt schon einige verschiedene da ist die mischung auf jeden fall gesund rico luis best of the best und sharon du david nunes numbered die nehmen wir aber dann mit oder ja ich gucke die pose ist immer geil er läuft doch letztes mal champions league so wie als wäre ein gorilla plus ne darwin zu ne ne die sind nicht player worden das steht wo vorne drauf steht vorne drauf und hinten anders sehr gut wirklich richtig richtig gut wird sogar wurde die ganzen letzten tage schon immer besser und hört auch nicht auf sehr sehr starkes set für paper und so 3 4 ist normal 3 4 ist normal ja ich wäre jetzt kurz was aber ist eine normale bild ist halt so ein torwart bild da kann man schon mal quer machen ja mit dem harland ist die box schon gut ja warte mal wieder wenigstens die beiden number curl ja noch ah share and do was ist das denn hier achso so sehen die von der rückseite auch warum ist die so rum da drin und dann wieder hier ist auf jeden fall ganz wilder mix aber die ist auch wieder gut ja berlin harland werde ich dir genauso top loben star ball zack die die droppe hat trick auch wieder cool european knights lami das ist hier die toon army heute so eigentlich im discord steht amerika bringt die erst montag raus european knights insert xavi simmons blue icy sieht das sexy aus stand im discord die amys hauen den release jetzt erst auf montag aber ich weiß nicht ob das auch für europa gilt malik stiao federico di marco blue smokey konrad leimer das dürften jetzt alle gewesen sein ben doke rakitic istanbul titlewinner card ist eine standard karte duran will und noch eine best of the best robert lewandowski sehr coole box 1 du hast da drin holger eine number darwin eine number limer eine richtig schicke insert number von xavi simmons eine star bowl gold ein number gold aber ist halt gold oerling und ein relic vom türsteher ist das base relic das base relic ja machen wir weiter denn du hast ja zwei davon was haltet ihr von den panini ist auf jeden fall ein sehr cooles produkt mal was neues aber das ding ist für so eine box sollte man schon in gewisser weise ja wie soll man das sagen also man muss schon frankfurt-fan oder zumindest bundesliga-fan und frankfurt-fans ist halt sehr teamlastig aber ich glaube frankfurt hat genug fans als dass man sagen könnte das ist eine coole box sebastian alles klar vorgemacht das gleich wir gehen in das zweite pick wir haben kk fermin lopez und hier sie ist killer ihr kriegt sowas von einem top loader was für ein foto wie er sich freut das heißt das ronaldo foto ist episch und das mesi foto ist episch wir tragen heute keine hits ein eric es gab aber auf jeden fall ich würde die jijo die sp wühler immer ein cooles auto noch die beiden waren auf jeden fall mit hitpotential je nach kommt kathrin die hat sogar drei boxen ich glaube wir haben schon irgendwo an checklist haben wir drin ja aber keine ahnung ist plaxtar ist nicht da er hat das eingepflegt vielleicht flagship so holger wir gehen in deine zweite bruno kasemiro die ist doch naja da scherendur die erste namen war 250 ic wer ist der bailey reich weißt was ich mal eben european knights haaland was ich mal eben machen könnte hier ist im querschnitt nichts monim vielen dank für ein jahr ja da war fermi olivier giroux oh hier ist zu 25 olexander zinchenko arsenal orange autograph wunderschön drauf 21 auf 25 sehr sehr schick boah das ist ja wahnsinn also ich kann nicht jede box gut sein und es wird auch viele boxen geben wo man denkt aber wir müssen immer noch kartenmenge preis leistungsverhältnisse und alles schon wirklich gut wirklich gut sind schenko auto zu 25 und ein duon number okay dann haben wir hier den haaland den muss ich auch noch stiegen vorgabe und dann geht es weiter so rum sind wir ne best of the best ben zimmer kevin de brun mc allister ist mc allister ist kdb barella vinistavo und dann ist das teil 1 mit sinchenko auto zu 25 und einer number von cher und duon plus der götterbote im self meshi ultimate stage 100 pro also ich glaube jetzt nicht nur zum anfang ist das gut wir sind ja lange dabei und ich finde es trotzdem geil aber ich weiß natürlich was du meinst für kartenmenge sammelaspekt viel öffnen viel sehen absolut geil aber ich denke die ganze zeit darüber nach scheiße wie wird denn dein ucc chrome hobby weil das werten die ja auch nochmal extrem auf das könnte ganz schlimm gut werden das könnte ganz schlimm gut werden das schlimm gut nachdem ich da letztes jahr bei der messe abends im hotel das triple auto gezogen habe ich es eh auch nicht bestellt da dachte ich jo da haben sie mich weiter gehts radkoff best of the best lewandowski und row to london lewandowski kk ist hatrick hier kommt einfach nochmal ne 25 sergio ramos sevilla zweite number daichi kamada lazio thomas müller starball riccardo pepi emiliano buendia coque coque du baller bradley barcola rookie gold starball top row top row die stinchenko war in der box drin oder nicht ok nur weil vorige jetzt sagt das ist die zweite box das ist aus einer box gerade gekommen richtig du müsstest ja irgendwo noch nicht haben ja ja meine ich doch passt was also jürgen kannst du dich bei holger melden ne spaß aber ihr seht es scheinbar in der misch aus der maschine oder wie auch immer es gemacht wird ein bisschen falsch raus kieler nummer p da gibt es dann sogar bonus und hier haben wir noch einen laminia mal european knights ja was willst du machen die war dann gut verwirrung ist verwirrt vogel hat mich verwirrt das ist bradley barcola rookie starball wir hatten da europa meccano relic zu 199 wir haben olexander zinschenko auto zu 25 sergio ramos zu 25 und future star scherendur diese ice die sind zu 150 super tausend dank zwei top box wir danken dir holger du bestellst auch immer seit jahren vielen 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 dank so jetzt katrin für dich muss ich jetzt sogar ein neues case öffnen wir haben doch gegen mich auch noch gegen einen case mitgesprochen oder so eine crow oder irgendwas die fehlt noch ja und da ist er nachher nicht drin und dann suchen wir den ja laut odds das heißt ja nicht das stimmt der ist eigentlich dieser odds Daniel odds Daniel odds ist Daniel odds im chat Daniel odds wir suchen die form ist der vater von razwan ratio ja Ethan Mbappé ist mit rookie logo drin so katrin du hast drei stück warte mal man sieht die gar nicht alle hier guck mal das hier ist 1 2 3 4 5 6 chrome mojo sollte in etwa jedem case ich höre nicht ob es keine case ist 1 4 5 für den stream heute keine mehr ne also weiß ich noch nicht genau ja ich weiß wie lange sind wir denn jetzt online anderthalb stunden ich hoffe für euch ist das tempo okay es ist ein paper set ich habe begründet warum ich so mache passt das alles so ihr seht das ist ja Arbeit endlich mal Arbeit wir machen ja sonst nichts seit Wochen ich kann schon machen 2 3 packen für 3 brauchst du nicht ja ja kannst du machen aber dann roll leise ab Katrin auf geht's wir haben ihr bundesliga international stars da aber konzentrieren uns heute auf dieses set darüber hinaus gilt eine 2 box pro stream wollte ich nicht KK Fermin Lopez Orkun Kökschü und the one and only Lionel Messi vielleicht machen wir hinten raus noch Trading Card Hamburg also wir haben ja schon einen der sich angekündigt hat um 7 Uhr Oregons öffnen zu wollen der kommt dann auch nochmal wieder ich denke mal ein paar Stunden streamen wir heute auf jeden Fall noch der Bremer ist unfassbar gutes Set also frag den Chat mich würde mal interessieren und jetzt auch ganz ehrlich wenn wir hier viel loben gefällt es einem gar nicht hallo Will hallo Feinfix möchte ich auch mal wissen vielleicht sagt ja auch einer boah ne Paper und Design und irgendwie Preis wird heute im Shop nochmal Flagship geben äh für ein Stream vielleicht ich weiß nicht wie ich durchkomme wir sind jetzt bei Box ich hab nicht mitgezählt ich weiß nicht aber da wir erst halb vier haben sie sind in den Chromeplex immer diese äh die die Kombination Faschrad bin ich relativ sicher war die gleiche aber das ist ja nur ein Teaser für Chrome ne wir haben die Eintracht Frankfurt Box im Shop drin SG ok äh da gibt es ja die die Premium Box mit 5 Autogramm also on average und die Standard Regular heißt die so Katrin das ist richtig Arbeit Katrin mein Gott ich zieh schon die Schulter Robert Lewandowski Robert Lewandowski fällt euch auf eben Robert Lewandowski Robert Lewandowski das ist ok Jamie Bein und Gittens Star Wars Base Garten bis zum Abwägen ist ein Paper Set 24 A8 gleich 192 im Total das war absolut klar dass das heute äh so ist deswegen auch mein Vorschlag und der für euch scheinbar ok ist ich kann hier nicht jede Karte benennen und zeigen Thibaut Courtois die erste Nummer 299 dann Marco Reus bringt das was für die Zukunft so Base Komplett Sets zu sammeln äh wenn das dir in zuhause in deiner Wand als Sammlung gefällt bringt das dir persönlich auf jeden Fall was weil es schön aussieht wenn du damit meinst bringt das was im Sinne von werde ich damit reich wenn ich in 30 Jahren so ein Komplett Set habe würde ich sagen absolut nicht Vini Vita Lewandowski und Lewandowski das ist die gleiche Box schon wieder die Kombi das ist nicht gut Angst macht sich breit dann eine wunderschöne Marcus Rashford IC die zweite nummerierte schon das ist Ali Cho und Laminia Mal Julian Alvarez und Ilkay Gündogan das ist voll cool dass da immer andere bei sind sehr schönes Set und der Preis super ich find's auch ich bin geflasht die ganzen letzten Tage wurde dieses Gefühl von boah ne Flagship immer besser bis hin zu jetzt hier im Screen wo man es dann auch macht und denkt richtig richtig gut Kevin De Bruyne so ich guck mal kurz den Querschnitt an Junus Moussa Junus Moussa Junus Moussa ja okay Zaya Emery Starball Kilian und Paris Brunner auf was steht Susuka drin Fan Fan Zugehörigkeit irgendwas bestimmtes oder einfach Rainer da ist die nächste Vataro Endo IC Number das ist die dritte aus der Box dann haben wir Jorge Sanchez und Rico Lewis Thomas alles bestens wie ist bei dir Laminia Mal European Knights dann lange nix und Jamal Moussiala Starboard Federball Verde wunderschönes Tor gemacht Koke Barella und Grisou und ich habe die Memorabilia extra nach hinten getan es sah aus wie eine 55 PT deswegen würde ich sagen Standard Memorabilia Ueda Rico Lewis und es ist für Liverpool im Liverpool Jersey Thiago Alcantara Base Relic aber Bayern sind gut bei meinem Mann aufgehoben ja ok für mich die schönste Karte die hier aber das spielt ja keine Rolle fragt ja auch keiner nach das ist Endo numbered Liverpool und das erste Relic kommt von dem Zauberer Thiago der aber leider glaube ich die letzten Jahre seiner Karriere hauptsächlich verletzt rumkriegt ich sehe die nicht nochmal wiederkommen schon gar nicht mehr auf dem Niveau aber es war eine Augenweide dem zuzusehen teilweise Moin Eisfeld ok wir machen die zweite für Katrin oh die ist schick erstes Mal zieht es euch rein Lamine Jamal die auch sein Logo zeigt sehr schicke Karte und dieser Unterschied in der Stock Dicke ist schon schon heavy merkt man sofort Shaka Rooney und Adeyemi ich sag's euch in aller Deutlichkeit und das gehört auch das ist ein neues Set diese sind sehr selten wir wurden ja eben gefragt ach dieser Pink wie würdet ihr die jetzt auf Ebay mit einem Gebot einfach ich glaube das ich sag mal ich glaube das lohnt sich denn ähm ja also wer Lamine Jamal nicht in der PC hat ich empfehle euch stellt sie auf Ebay die Karten aus dem schwarzen Päck können auch unterschrieben sein oder also wir hatten keine das sind Promokarten numbered können sie auf jeden Fall sein äh ich glaube nicht dass ich viele Unterschriften reingemacht haben aber ja kann gut sein mein Meister Undertaker ist heute angekommen schöne Karte das freut mich ja ich würde auch fast so weit gehen Dominik dass ich sage diese Chrome Karte jetzt auf Ebay zu diesem frühen Zeitpunkt wo FOMO reinkickt bei den Leuten als selbst kein Morgen geht schon in Richtung Boxpreis bin ich bei ob das am Ende ist weiß ich nicht spielt ja auch keine Rolle aber ist auf jeden Fall gut äh ich würde euch aber auch klar empfehlen Lamine Jamal ist so jung und so ein Baller denn den kann man auch einfach mal halten ok wir gehen im Box 2 für Katrin European Knights und Gabriel Martinelli Serge Gnari hat auch mal Hedrick gemacht 2019 gegen Tottenham 53 was sag ich Hedrick 4 waren es 53, 55, 83, 88 und den hatten wir heute exakt so schon mal als Blue IC Autograph Alvaro Rodriguez der ist nummeriert zu 99 hat Wemby auch in dem kann Wemby auch in dem Chromeback drin sein ähm würde mich bei äh Tops nicht wundern aber ich sage mal nein stell dir vor Wemby Autos ich meine aber Alan Ginter Alan Ginter Wemby wäre voll geil gewesen aber die haben hier Fußball Bezug genommen Julian Duranville aber so ein Pierluigi Colina ist schon cool oder hier SP Jamal hab ich doch sofort gesehen anderes Foto 2-7-0 aber jetzt schon Millionär Katrin ist Millionärin geworden 2-7-0 2-7-0 2-7-0 die wird gebracht ja die gilt also die würde auf englisch übersetzt She would Paul kennst du She would? Otz Daniel Otz Joao Neves Kamavinga was ist das? das ist eine SP also ich kann dir das erklären warte 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 ich versuche ich glaube hier war keine bei oder war hier eine bei also in einem Stand das ist so eine Standard Basiskarte stell dir die jetzt vor von Lamine Jamal die ist in dem Set tausendfach gedrückt ja so sehen die dann alle aus die hat hinten so ein Kürzel 2-3-4 aber dann gibt es ein anderes Bild von Lamine Jamal also das ist eine Image Variation auch sozusagen das Bild hat sich verändert ist sozusagen dann nicht so zu sagen ist laut Checklist SP bedeutet Short Print macht sich hier durch dieses andere Kürzel hier hinten bemerkbar wird deutlich weniger gedruckt ist somit deutlich rarer ohne Nummerierung drauf aber dennoch eben was besonderes einfach nochmal ein zusätzlicher X Faktor hier Dominik Schoroslein kann man das so erklären okay hilft mir doch mal hat ein Short Print die gibt es wesentlich seltener als üblicher so Lukas geht doch Malik Schoros Fermin Lopez Rookie Gold kommt auch in den Top Roader dann haben wir Carlos Baleba sehr starker Spieler Aisy und Antonio Silva Ok das heißt Auto haben wir wir haben Laminia mal SP wir haben Baleba Dambat und Fermin Lopez S.S.P. Jamal im Sandkasten vor 8 Jahren aufgenommen S.S.P. welche welche Spieler gibt es als S.S.P. 10 Stück nur oder so ne ich kann die Checklist gar nicht gucken kann das einer vielleicht eben kurz hier reinköpieren Servus oder so Kevin Plaxa nicht da es ist alles anstrengend was hältst du eigentlich von Alejandro Balde unfassbares Tempo sehr offensiv lastig und stark defensiv muss er unbedingt noch ein bisschen machen er ist ein bisschen so wie Fonzi Davis Malte ich meine nicht die Checklist ich meine die Liste von den S.S.P. Jürgen Will weiß ich hat S.S.P. S.P. Karten 10 S.S.P. Ja komm Liest du mal Ronaldo Sidan Rashford Haaland Ronaldo der Dicke Messi Musiala BBG Jürgen Will und Hans Kuhli Alter wir haben noch nicht eine überleg mal die sind dann wirklich super selten Cristiano Sidan Rashford und da steht dann S.S.P. hinten drauf ja und das Bild ist halt nochmal anders Ach Jamal ist da nicht bei oder? Achso Ja ok Danke 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 Erling Haaland Best of the best Best of the best Aber ich glaube Messi oder so gibt es dann S.P. und so Haaland als European Knight durch Alvaro Rodríguez Super Short Print S.P. heißt Short Print S.S.P. heißt Super Short Print Sind noch seltener Und dann die eine U Boah die sieht auch Guckt euch an wie geil die das gemacht haben Es ist nur Barella In der Schrift rot Und nur sein Körper und sein Gesicht Eici Wie schön bitte ist das 99 Junge das ist ein Paper Set Das ist voll gut Das haut mich echt um hier Starke Karte Sieht wunderschön aus Rico Lewis Rechnest ihr hoch 80 Euro pro Box Mal 12 Ja 960 Kostet das Case Oh die ist auch richtig schön Kathrin Jude Bellingham in der Pose Was haltet ihr von Rodríguez Ich kann euch nie beantworten was halten wir Ihr habt doch Favoriten Teams, Spieler, Nationen Und wenn man Favoriten hat Dann sammelt man die für gewöhnlich Und freut sich darüber Ob Rodrí das jetzt bei dir ist Weiß ich nicht genau Wenn du mich fragst Aus dem Standpunkt Was halten die von Rodrí Dann sage ich Der ist der beste Sechser der Welt Mit Declan Rice Wenn du mich fragst Standpunkt Rodrí auf dem Hobbymarkt Würde ich sagen Hat er für die Qualität Die er besitzt Keinen großen Markwert Aber Ja Das sind viele Aspekte Die in so eine Frage Reinspielen Im Tabernil Beistelltisch Was ist das denn Road to London Antonio Milambo Ruki Numbert Inser zu 25 Sieht auch voll geil aus Kathrin der läuft aber hier mit diesem Inser Wie viele Nummerierte sind in der Box drin Ist doch mehr als gewöhnlich oder Dann Paris Brunner Gold Star Ball Auch voll geil Und dann haben wir noch Alexis McAllister Boah die hat es in sich Ultra Short Print Variations Nur Christiano Rattlesnake Danke dir Die 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 wir Also wenn wir die ziehen Dann Halleluja Das war eine voll geile Box Du hast das Ultimate Stage Auto Alvaro Rodriguez Numbert Du hast Paris Brunner Gold Star Ball Den Road to London In San Ruki Feno Jude Bellingham in Pose Varela die sieht wunderschön aus die Karte Du hast Fermin Lopes Gold Star Ball Laminia mal Short Print Und ja gut Ball lieber können wir wegpacken Voll gut Katrin Als wäre das nicht genug Ja aber Ich habe mir das genau so gedacht Also ich glaube hier zieht man einfach nicht alle drei Boxen mit zu 10, 5 oder 101 Wir reden hier von einer recht hohen Auflage Aber niedrigste Nummerierung bisher glaube ich mehrere 25er Unter anderem eben sogar schon ein Sinchenko Auto In dem FOMO Pack Nummer 3 für Katrin starten wir mit Angel Alacon, Randal Colomuani, Raphael Leao und Thomas Müller Nothing Special Die haben sich deutlich deutlich verbessert Ich war kein großer Paper Flagship Schrägstrich Fan Aber hier Und ich meine Wir kennen ja Leute jetzt schon seit Jahren Die ins Hobby gekommen sind und sammeln Und es ist kein Zufall Dass die Leute die eigentlich sagen Na ne Flagship lass ich die Finger von jetzt auf einmal alle boxen wollen Servus Marcel Es haben so viele danach gefragt Und ich denke der erste Eindruck von heute wird das auch nochmal verstärkt Wo bekommt man denn so eine Box her? Bei uns Grundsätzlich Heute im Stream natürlich schwer weil die alle ausgerastet sind In 5 Sekunden haben wir heute die Box verpasst Crazy Und heute ist Release bei Topps Das dürfte ich denke entweder um 4 oder um 5 Uhr ungefähr soweit sein In 2 von 12 Promo Picks bist du ja eine Nummer Da sagt schon alles zu den Nummerierungen aus Bambelchecker, vielen, vielen Dank für deinen Start Und zu der Auflage, da waren 99er meine Ja Es gibt 50 von diesen Crowe Karten Und die Auflage ist so riesig Ja, aber es war ja auch, ich meine, es muss ja Jamie Bein und Gittens Achso, ich wollte mal eben Jo, hier ist wieder Querschnitt Hat nicht verraten Zahir Emery Star Wars Kilian Mbappé Best of Best Rashford Nochmal die Rooney Hä? Die war doch gerade schon Glaub ich Wischiger Wischiger Die ist auch schön Hier die beiden Highflyer aus Mailand Numbered Voll das coole Bild gewählt Die ist Nummeriert zu 250 Leao und Tornado Theo Laima Die ist auch schick Rasmus Das war Jonathan David Das ist Sambo Deck den Rise Ich muss mich gleich mal hier mit neuen Sleeves und Toplo dann eindenken Aber das mache ich, wenn ich mit deinen durch bin Katrin Das ist Rivaldo Hattrick Und es ist Mason Mount Standard Manchester United Relic Unnumbered Pack mal hier du Zack Zack Ich meine gerade ist Da können alle Karten in diesem Promopack sein Nein Nur 50 Genau Malte schreibt 50 Stück So So Falls jetzt schon gefragt wurde Wie ist die Haptik der Karten Für ein Paper Set Erstaunlich gut Natürlich Das Paper Stock Wie immer bei Paper 23 PT Würde es tun Es passen locker Regular Toploader Die Relics Sind ein bisschen dicker Sieht man hier 55 PT Dann hatten wir eben einmal Sogar Relic Auto Das war 130 PT Aber grundsätzlich qualitativ Haptisch Also für all das Wenn man alles bedenkt Kartenmenge Boxpreis Preis-Leistung Gut Einfach gut Ich finde keine Punkte zum Mecker Also Mir würde nichts einfallen Warum ich das Set schlecht Machen sollte Wollte Könnte Gibt es nicht Einfach ein super starkes Fletcher Aber nochmal Ich denke die ganze Zeit Wenn das so ist Wie es ist Wie wird dann bitte UCC Chrome Hobby Da habe ich ein bisschen Angst vor Julian Alvarez Starboard Minje Ich glaube das erste Mal Von Now Staring Doppelt KDB Obameyang Und Orkun Kökshu Nambat Moukoko Is Purple 299 Mohamed Ali Cho Bruno und Kroos Die nächste Nummer Isachsen 75 Lazio Juli Thielemanns Rico Lewis Future Stars Starball In welchem Set Ist das denn nicht so Ist ja das Hobby Ich habe bei Chrome immer Angst Weil das ist immer so schwer Ja aber Chrome ist Ja Chrome ist Hauptset Das ist auf dem Markt Das Also Wenn du hittest Dann musst du ja Also Es ist generell in jeder Hobbybox die man öffnet nie eine Garantie gut zu hitten Klar Leon Du hast Manchester City Treble 2 Das ist nochmal was anderes Aber die hat auch 1000 Euro gekostet Verhältnismäßig musst du ja sehen Aber UCC Chrome ist auf dem Markt das ja anerkannteste Set Also ich finde UCC Chrome Wenn die das jetzt wieder so aufwerten wie es das letzte Jahr gemacht haben Dann Katrin Die war so mittelmäßig Die zweite mit Abstand auf jeden Fall die Beste Wir haben hier die Isachsen Number Die Moukoko Number Hier die Number von AC Milan Und eine Relic von Mason Mo Weil Lothar Isi sagt Ja stimmt Lothar war auch No Brainer Aber auch weil die Kartenpreise irgendwie Weil das alles so neu war Geht der immer noch voll gut Lothar Also vielen Dank an Katrin Ich mach mal eben Robin mit zwei Stück Robin mit zwei Stück Warte Robin Ich bereite vor hier Robin warte doch jetzt Dritte fünfte Rattlesnake Ja Angeblich Aber es wurde auch schon zweimal verschoben Also Sagen wir mal ohne Gewehr So heißt es doch Ne? Die Karten aus dem Not-Set gehen aber momentan Ordentlich runter Er muss ja Es ist alles wie immer Wenn ein Set neu ist Geht es halt auch echt hart Dass das sich nach unten korrigiert Ist ja auch völlig normal So Oh wir können hier Topps Liverpool Schlau Woher beschneiden 1 auf 4 Habt ihr ungefähr ne Ahnung bei der wievielten Box wir sind? 14 oder so? Würde gern Matthäus PC aussehen wäre das gut Es gibt sehr viele Matthäus Karten in dem Lothar Matthäus Set Bringt der Name mit sich Von daher Weiß ich nicht was du genau meinst Würde ich gerne machen Weil wenn du alle Numbers Alter kommt natürlich was zusammen ne? Auch die Autogramme und so 13 fangt ihr gerade an Cerberus ey du bist ja voll hart unterwegs Cerberus von Mod heute Also Robin Erstes Promopack Wir haben Foden Lautaro Yusufa Und Kaka Ich würde wieder sagen Nothing Nothing Major Thilo kommt morgen Flat shift International Äh ja Genau Eher Autogramme Matthäus Gibt's auch viele Gibt's in 4 Ne ne in wieviel verschiedenen Designs erst mal 4 oder 5 verschiedene Designs Und dann ist für dich die Frage Bambel Checker Möchtest du sie in einer bestimmten Nummerierung Als 990 reicht dir das höchste Möchtest du alle 101 Also ich weiß was ich meine Es geht ja dann in alle Optionen Aber umso höher du ins Regal greifst Ist ja auch logisch Umso teuer wir es On Card gibt's auch noch Stimmt von hinten Wolltest Aber von hinten sagt das nur Er grätscht rein Salz in die Wunde Weil wir immer noch keins gezogen haben Danke von hinten Nett Und dann die Eminence Ok Leon Klärt dir das bitte Du weißt Leon Muss ich sagen Äh ok European Knights Oskar Gluck Rookie Andy Cole Wird es davon auch eine First Edition geben Du meinst hier von denen Ich glaube Nnnn Nicht Die ist doch mal schick Ich meine Ist zwar nur ein Relic Aber Jamal Musiala Grün Zu 199 Was denkt ihr wird die Box Bei Tops kosten Die hier Also ich habe ja extra mit Tops vorher gesprochen Ich hoffe also 80 Den Preis den wir auch gegangen sind Robert Lewandowski Rich Ford Camavinga Das ist Juliano Aueres Eigentlich ja Socke ist richtig Ich Also First Edition Ich sage es jetzt mal in aller Deutlichkeit Braucht auch kein Mensch Die erste war noch lustig Aber Danach Also Mit welchem Sinn Mit welcher Logik First Edition Wir sind ja nicht bei Pokemon Oder Yu-Gi-Oh Oder so Antonio Rüdiger Und Numbert Bukayo Saka 299 Plus Ein Jamal Musiala Relic In der für Robert Ich dachte Viel mehr Wie viele Perils sind da Leon du hast aber schon mitbekommen Dass wir die heute für 80 Jahre Angeboten haben Leon bist du eben erst aufgestanden Ja Feines Flashbacks bin ich auch gar kein Freund von Ich hoffe das kommt nicht wieder raus Weil es macht einfach keinen Sinn Was soll Feines Flashbacks für einen Sinn machen? Warum sollte das irgendein anlaufen? Schön sind die Schön sind die Design Ja okay aber Ich habe im Bett geschimmelt Okay 80 Euro haben wir gemacht Und Ich hatte vorher mit Tops gesprochen Ich gehe davon aus dass Tops 80 Euro macht Ihr werdet es mir gleich sagen Ich denke es ist Es ist gleich oder spätestens in einer Stunde soweit Es ist gleich oder spätestens in einer Stunde soweit So Robin wir haben Dukayo Saka numbered Und Jamal Musiala Relic Weiter geht's Weiter geht's Dann sind wir Was wir Was müssen wir noch? Wir müssen unter 25 mal kommen bei der Nummerierung Richtig? Das ist der nächste Step Jamie Beino Gittens SSP müssen wir auch finden Aber Leute da müsst ihr mir Cerberus Die SSP wäre aber wenn ich jetzt so durchgehe Dann auch so wie die jetzt Hinten an der Stelle sozusagen An der richtigen Der Spot Muss ja Alvaro Rodriguez nimmert Die ist zu 250 10 5 1 of 1 Und es gibt 4 Printingplates Auch alle 1 of 1 4 verschiedene Farben Printingplates Achso ok Printingplates Ja Kann man hier mal reinpacken Bin ich kein großer Fan von Gibt es ein K-Sit? Ja Ne Bei Tops gibt es ja eigentlich nie wirklich K-Sits oder? Jonathan David Row 2 Dann Theo Hernandez Gold Starboard Und Riccardo Pepi Also die Nummerierung in der Box Die waren es nicht Bernardo Folia Rico Luis Ist aber kein garantierter Case im Moment Das ist rechnerisch vielleicht einer, aber verteidungsmäßig nicht Jamal Musiala Reddick zu 199 Pepi Rodriguez Saka Nach Otz ja, aber war definitiv nicht drin im ersten Tops hat nie Cases Ja Ja Panini ja Tops nie Robins 2 Das heißt in einem Case sind X Boxen und eine Karte ist darin garantiert, die kommt nur ein Anbart Santiago Jimenez Der echte Ronaldo Erstmalig Wie kommen wir denn alle in einem Case dann eben? Thomas Müller ist es Anstatt Base Card nur Chrome Mojo Tja Dann hast du es geschafft ey Also eine Nummer aus dem Promo-Pack für Robin Bei Finals Bundesliga ist das aber Cases Ist ja in jedem Case ein The Man drin gewesen The Man war nicht in Finals The Man war in Ach doch war Finals, sorry Die gab es voll oft Bei Champions League hatten wir drei Stück davon Ja Ja Nee nee Tops hat nie Cases Ich glaub das nicht Doch doch Es gab deutlich mehr Wir hatten Cases mit 3,4 The Man Von hinten 100% Ok Robins 2 Beide Wir starten mit Santiago Jimenez Star War Achso No Staring Ich muss eigentlich mal kurz im Querschnitt gucken No Staring Benjamin Schesko Ich seh nix Dann Benzema Ja Aber wenn hier was Case Hit ähnliches kommt Freuen wir uns trotzdem Ja Balls Hits hatten glaube ich auch die Quote Aber hatten wir auch nicht in jedem Case Bei Merlin Merlin Nee Es gibt keine garantierten Case Hit Das sagt die Ratio sagt dir das und gibt das vor Aber das ist am Ende nicht Fakt Panini hat die Ja Querkarte Was heißt das Servus Das ist eine Chance auf einen SP SSP Wo denn Gib mir sonst den Stab ich geh durch Da kennt man ja eigentlich eine Querkarte Ja Aber das ist ein Team Ding Ja Das ist einfach nur US Citizens Ja Die Lamine war aber auch nicht quer Ne Lamine war auch SP Ja Ne Die Lamine war auch SP Aber die war quer Ja Antoni Silva Paris Angel Di Maria Alvaro Rodriguez Alan Shearer Alan Shearer Headtrick Jeremy Doku Skyblue Dunkelblue 250 Also Doku und Hurri Und jetzt schon mal bessere Namen bei den Numbers als eben Kiran Trippier Kiran Trippier Periklamella Unique Irgendwas Lied Und dann Nicolo Barella Das war Finals World 2 für mich bisher einer aus War bei 6 Case Breaks Und es gab immer noch einer Also bei Bundesliga 3 Im Land Champions League Ja Im Champions League waren wir eine Aber Aber Wie gesagt Tops Normalerweise gab es das nie Und gibt es das bisher auch nicht Aber Wäre ja gut Also Ich habe nichts gegen Faces Ja Ja meine ich auch so Das Es gab definitiv Ausnahmen Und nicht immer garantiert die eine Bei Champions League sowieso Da gab es teilweise Eine Vier Fünf Aber ich meine das habe ich bei Bundesliga auch gesehen Nochmal Es stehen zwar Odds Und Es ist am Ende aber auch nur eine Zahl So Robin Ich gucke jetzt hier nochmal Also Relic ist es nicht Holger Hast du was dagegen wenn ich die Box Holger eben taufe Also nach dem Motto hoffentlich ist es keine Holger Box Darf ich das? Luca Modric Star Wars Ohne dir dabei zu nahe drehen zu wollen Isaac Babari 199 Mohamed Kudos und Alejandro Ganaccio Laminia Mal Oh ja Ich sehe irgendwas kommen Ich packe das einfach mal einfach nur weil es anders aussieht als vorher Keine Ahnung ob das jetzt Sinn macht vielleicht ist es auch völlig falsche Alarm Francesco Star Wars Paqueta Paqueta In meinen Augen hätte der gestern mit Gelb Rot runtergemusst Das war sehr lange Leine Grisou Rodrigo Kaka Headtrick Das war es nicht da ist das Auto Georginio Based Auto Georginio Arsenal Ultimate Stage Ultimate Stage Ultimate Stage Ultimate Stage Einer von der Aprilia Maschine European Knights Chavis Simmons Okay jetzt bin ich gespannt was ich da gesehen habe ob das überhaupt irgendwas ist Das ist ein Chrome Mojo Im zweiten Case wäre das jetzt der erste Case Chrome Mojo Chavis Simmons Da steht dann auch Mojo in so einer geilen Schriftart drauf Also im ersten keine im zweiten jetzt wir sind wir ungefähr bei der Hälfte haben wir Vielleicht kommen wir jetzt zwei in den Who knows Chavis Simmons Mojo Heißt Robin trifft den bisher einzigen Case Hit Chavis Simmons Plus das Georginio Auto Plus Babadi Und das war ja am Anfang sogar dann auch eine Number Thomas Müller aus der Ultimate Stage Chrome Preview Robin Glückwunsch zum Case Hit würde ich mal sagen Leute hier liegen nur noch zwei Zettel aber da muss es ja noch Leute geben die sich einen also Jens können wir Marcel King of Spades muss ich aber der will bestimmt warten Wir haben ja noch Jeremy und Sebastian Wer sich noch einreihen möchte gerne jetzt ich lege für Jeremy schon mal aus weil Erich N Ander Eriksen ist immer da Timo und Carola sind eigentlich auch immer da Und der ist glaube ich neu Tan A Tan A Tan Tan wenn du da bist du bist das erste Mal bei uns dabei Meld dich gleich mal eben bitte weil du hast ja für Stream gekauft Jeremy geht gleich los ương So first W Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Ericsson kennen wir ja. Das Einzige bei dem Tarn müssen wir dann schauen, was wir machen. Hinterher weiß er nicht, dass er für Brake gekauft hat. Ich stehe zwar groß dabei, aber... Was, Rainer? Ja, geht los. Ich würde mich auch einreinern, aber bräuchte er erstmal eine Box von Partner und Drop für den Stream. Ich weiß es noch nicht. Wir müssen mal warten auf die Meldung. Spades hat sie nicht gemeldet, Plaxta hat sie nicht gemeldet, aber Plaxta weiß ich. Also für Jeremy erstmal das Promo-Pick. Wir haben Kyogo Furuashi, Gabriel Martinelli, Jamal Musiala und Leroy Sunny. Das ist ein Spitzname, ja. Guten Abend, Schägerlinio. Patrick, danke übrigens für deinen Sub. Lavi, danke für deinen Sub. Wie kam es dazu? Lange her. Jugendsünden. Nee. Das hat andere Gründe. Aber Namen, die bleiben dann einfach, ne? Goldframe-Startung war das ja von letztem... Puh, kann ich dir ehrlich gesagt leider gar nicht sagen. Das ist auf jeden Fall irgendwas Memorabilia-mäßig. Und wir starten mal wieder mit Cherndu Starbo. So ein Zufall. Serge Gnabry. European Knights, Taremi. Kieler Nevape als Best of the Best. Yusufa. Aubameyang. Alvaro Rodriguez. Bradley Barcola-Rookie dahinter. Salah Hattrick. Die erste Nummer kommt von Armand. War vor, so ein Icy. So ein Hundertundfünfzig. Luis Meili. Tony Rüdiger. Zaccani. Zaccani. Wendier. Und Kamada. Evan Ferguson und Tornado Theo. Serge Gnabry. Und das ist wieder Mason Mount. Eben hatten wir ihn als Base. Jetzt ist es die Relic zu 299 von Mason Mount für Jeremy. Also das waren die Chrome. Eine Numbers bisher. Das ist die und Mason Mount. Er macht unsauf Wendier. Und. 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 Und das ist dann die zweite Hälfte, zwei Lamas müssen noch kommen. Das ist hier diese Blue Smoke Giroud, die ist nummeriert, schauen wir gleich, meine 150. 125, Havertz und Bruno Nambat, grün, also 99 wahrscheinlich, 199. Die machen das auch immer anders, Mitoma. Und Ganatio. Isak. Und hinten raus eine Kyobofu. So mittelmäßig prächtig von den Namen, oder? Jeremy, wir sind halt nur Bruno, Giroud, so diese alteingesessene Mason Mount Relic, zwar numbered, aber 2,99. Haben wir bessere gesehen, so ehrlich müssen wir sein. Box, naja. Ja, bin ich bei dir. Mal gucken, Sebastian hat auch eine. Also wir suchen Tarn. Ich guck mal eben, ob ich dem eine E-Mail schreiben kann. Ich guck trotzdem. Tarn, Tarn, Tarn. Wo ist er? Wo ist er? Was? Wieso ist denn der hier nicht fallen? Vielleicht gibt's ihn so nicht. Was soll das denn sein? Ist so ausgedruckt, vielleicht gibt's ihn so nicht. Ja, hat einen anderen Namen. Lieferer, das ist immer so. Tarn. E-Mail schreiben. Nimm einen anderen Namen. E-Mail schreiben. E-Mail schreiben. Okay, dann ist Sebastian. Links bitte, Dankeschön. Hey ho, ich würde mich dann auch reihen, falls ich da sein darf der Chat aussuchen, bin auch am Arbeiten. Erik, bestens. Wir machen jetzt erstmal Sebastian, dann machen wir Jens, dann habe ich Tan geschrieben und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer außer dir, Erik, Marcel ist noch unterwegs, der meldet sich dann. Wie war das denn? Jetzt erstmal Sebastian. Bin ich bei der Rio. Sebastian Stromovic hat Fermin Lopez, Orkun Kökschuk, Leo Messi und Peter Radkov. Die Messi-Carte direkt top-loaded muss. Servus Servus hatten wir schon. Auffällig, eine Relic Oro bisher, also das scheint definitiv nicht ganz häufig da drin zu sein. Querschnitt, ich sehe nichts. De Bruyne. Und Lewandowski. Di Maria. Alvaro Rodriguez. Da ist sie. Die Haaland Hedwig zum zweiten Mal erst. Und Ethan Mbappe, Rookie Numbers. Sehr gute Kombi bisher. Nathan. Erik. Rafa Silva Gopold. Starball Gold. Lamella. Goldball, Starball Gold. Ist ja eigentlich egal, ne? Santiago Jimenez. Ilkay Gündogan. Now starring. Staring. Sterling. Sala. Best of the best. Der Gerard Varela. Ich gucke gleich, Lorik. Stevie ist auf jeden Fall einer, der in der Liste ist. Der soll sie sehen. Und hier, diese Blue Smoky Alan Varela. Ich glaube, das ist der, wo Dortmund angeblich dran ist. Zweiter Nummer. Okay. Gerard Vaguea. Das muss ja hier irgendwo gewesen sein. Oh ja, die sieht gut aus. Steht was drin? Das ist SP. SP. Ja, ja. Guter Blick. Sehr gut erkannt, Lorik. Vielen, vielen Dank. Stevie G Shortprint für Sebastian. Vielen, vielen Dank. Plus den Erling, Patrick, im Todesdesign mit dem Red Bull Trikot von mich, der Reels zu Erling aller Zeiten. Ethan Mbappé. Rookie Number. Marz Sainz Aperoldon. Und hier Alan Varela. Haben wir. Dann gehen die schon mal rüber. Messi ist auch schon im Top-Lowder als Ultimate Stage. Und eine Hälfte haben wir noch. Und der Hit. Der Hit fehlt hier auch noch. Vogel hat einen Kaffee gemacht. Bester Mann, ey. Monkey schreibt, ich meine, generell wären die Legend Base Karten mindestens SP. Heißt ja, dann zeigt gleich Monkey Spy, dass Legend Base selten kommt. Also heißt das, jeder Runde, den und jeder sie da ist SP. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ziehen wir die so selten, dass das heißt, die sind immer SP? Oh, aber auch andersrum, welche Nummerierung hat der für den da nie. Nur mal eben. Dann kriegst du das Base-Set ja nie voll, oder? 177. Ja, genau. Dann ist das Base-Set voll, kriegen die richtig schwer. Für Setsammer. Ja, richtig. Weiter geht's. Querschnitt. Nix. Heißt ja eigentlich Auto. Aber heißt alles gar nichts. Neymar. Das ist der Dreierpack zum 6-1. Ja, da ist es. Oh, das ist stark. Openda. Ist zwar nur Base, aber er hat halt nicht viel unterschrieben bisher. Er wird jetzt. Es wird jetzt immer mehr kommen. Aber, Luis Openda, 21 Tore, glaube ich. Und 177 ist noch mal Ben Doak. Okay, das erklärt das. Das ist der Ersatz dann. Ah, das ist cool gemacht. Ja. Also, so Legend wird ausgetauscht mit dem Standardspieler. Mhm. Openda. Will man eigentlich eher ein Auto oder ein Relic-Card? Was ist das denn, bitte? Ach, ich hab die wieder falsch rum. Mein Gott, nochmal. Ich bin eher der Autofan. Ich bin auch eher Autofan. Also, wenn ich die Wahl hätte, jedes Mal Auto lieber als Relic. Aber vielleicht gibt's auch Leute, die lieber Relic haben. Außer da ist das Team-Logo im Patch oder so. Okay. Wer hat denn nach Relic gefragt? Patch ist dann nochmal special. Ethan. Foden. Nambat Kamavinga. Jeremy Doku. Und dann Alejandro Ganaccio. Lamine. Haaland, wirklich größer. Mozi Mabusa. Marcus Rashford. Marcus Durant. Koke. Und hinten raus ist es noch ein European Knights. Riesmann. Die war gut. Wir haben nämlich eines der ersten, das wird jetzt bald anders sein, Luis Openda Autogramme. Dann haben wir Kamavinga Nambap. SP Stevie G. Ich glaube, er ist die zweite SP, die wir bewusst gezogen haben, weil vorher war es die Lamine Yamal. Vielleicht sind uns welche durchgegangen. Alan Vare... Güler. Drei dritte. Easton Mbappé und die Haaland Hedwig. Ich habe Gefühl, wie das so 50-50-jährig ist. Sebastian, muchas gracias. Ich habe mich auf Discord vorgenommen, aber ich kann gerade leider nicht weiter. Einfach als Chat kann entscheiden, welche Boxen. Wenn es okay ist, ich schaue dann die Wiederholung. Liebe Grüße, Tan. Ja, okay. Ja, ist doch gut zu wissen. Danke für die Info, Tan. Im Nachgang, wenn du es siehst. Wie heißen diese Hüllen bei euch im Shop? Sleeves. Diese Hüllen. Also, es gibt Sleeves. Es gibt Top Loader Sleeves. Das ist das, was ich um die Karte tue. Die Karte im Sleeve kommt in den Top Loader. Ja, und wenn es richtig knallt, dann kommt es in den Magnet Holder. Prinz Jake, guten Tag. Sag mal, jetzt erst mal Plaxta. Jens, der ist nicht da. Das heißt, der Chat sucht aus. Ihr kennt das. Fünf Zahlen, welche zuerst dreimal da steht, wird es. Für unseren besten Mod, fleißigsten Mod zumindest mal hier, was Twitch angeht, Plaxta. Zwei, eins, zwei, eins und es wird zwei. Paula hat entschieden. Plaxta ausnahmsweise mal mit der Frau heute unterwegs. Ich wünsche euch viel Spaß. Da siehst du, Hits werden dann nicht gepflegt, was okay ist. Aber was er sonst auch, da kommt es aus dem Livestream raus, da hat es schon Statistiken. Crazy. Dauer unsere Plaxta ab. Was haben wir denn jetzt gesagt? Paula hat entschieden, die zwei jetzt. Dann können wir dann nachher dann... Was eigentlich mit Timo und Carola? Seid ihr zwei da? Timo war arbeiten, das hat er mir geschrieben. Aber Carola, guckst du, lundst du schon? Oder wartest du noch auf den Holden? Wir wollen gerade erst rein, wir finden erst seitdem im Vergleich zum letzten Mal. Ob, optimal. Okay, Plaxta, nicht anwesend, bekommt hier, oh da ist hinten auf jeden Fall Farbe. Marcus Rashford, diese wunderschöne Cristiano Ronaldo Karte. Rasmus Schellion, zu 50 Kyogu Furuhashi Gold. Zack. Für alle, die jetzt erst kommen, es liegt jeder Box ein Promo-Pack schon mal für die Chrome-Karten, die dann bald kommen bei. In dem Fall hat es sogar zwei Top-Lowler gegeben, eine für Cristiano und eine für eine Number. Zerborussas Duo ganz kurz bisher die Quote. Auto Relic, ist das ausgeglichen oder wo stehen wir da? So, Hälfte 1 zu Jens, auf geht's. Im Querschnitt sieht man nichts. Knaus Staring, Irving Lozano. 8 zu 7 für die Patches. Ah, das ist sehr ausgeglichen, okay. Lewandowski, finde ich gut. Scamacca, Valverde. Rodri, die erste Number. Grün haben wir gelernt, ist 199. Star World kommt von Mohamed Ali Cho. Rico Lewis und El Sarabi. Bei El Sarabi habe ich immer das Gefühl, der spielt schon 350.000 Jahre Fußball. Bein und Kittens. Wayne Rooney, Hedrick. Evan Dicca. Ein Future-Star Number Liverpool, Vajetic. Ich glaube, der ist auch komplett raus, ich sehe den gar nicht mehr. Muss sich entweder hart verletzt haben oder Klopp setzt nicht mehr auf ihn, Jesus. Dann Grisou. Shalanoglu und Julian Alvarez. Zwei Numbers haben wir. Vince war eher der, was schreibst du, WWE-Sammler, aber an der Stelle einfach mal Lob für deine Streams. Ich finde die ruhige Art sehr viel angenehmer als bei aufgedrehten anderen. Da guckt man gerne zu Preise im Shop aus. Vielen, vielen Dank, Bau. Das freut mich zu hören. Und schön, dass du da bist. Wrestling hatten wir ja jetzt. Die Impeccable hat unfassbar Spaß gemacht. Selbst mir als so... Ah, da wollte ich auch noch was erzählen. Als non... Guter Hinweisbaum. Als non-Wrestling-Sammler. Aber ich kann ja schon mal verweisen, nächste Woche bei Steini gibt es ja dann definitiv weiter. Und... Wisst ihr noch, wie sehr ich mich beschwert habe, als der Undertaker kam? Könnt ihr euch daran erinnern? Wart ihr im Stream dabei? Wisst ihr, wovon ich rede? Panini America hat zugeguckt. Panini America hat zugeguckt. Die haben gesehen... So, nach dem Motto, okay, wir haben ja jetzt lange genug geärgert und ihm die Karte nicht geschickt. Jetzt zieht der in der neuen Impeccable Undertaker auf ein Kartauto. Jetzt hat er gemerkt, scheiße, der hat unterschrieben. Zwei Tage später bin ich im Redemption Center von Panini America und gucke meine Liste durch und denke mir, da fehlt eine. Scheiße. Dann sehe ich Closed Ticket und ich dachte, nein, die haben den weggemacht. Ich kriege Exchange, 300 Punkte. Wollte schon losfluchen. Wollte schon austicken. Habe ich gedacht, okay, logg dich kurz mal im Freenet ein, check mal deine E-Mails. Yo Panini America Redemption has been shipped. Undertaker und Karts 49. Aus dem letzten Jahr Impeccable in Kamen. Bei Mania unter dem... Genau. Steini hat ihm gesagt, Junge, seht zu, dass ihr für diesen Fido da aus Deutschland mal die Kacke unterschreibt. Also Jens, ich sehe hier im Querschnitt auch nicht, müsste ein Auto sein. Aber, let's see, Jack Grealish, Marcus Rashford. Oh, das ist wieder so eine... Oh, hoi, 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 die ist schön. Was ist das denn? Na, mit der das Insati sein, ne? Hattest du eben einen. Ja, das war Barella, nur Barella. Ne, du hattest davon auch schon einen, genau so. Zu wie führst du die? Zu 99. Jens, die ist richtig schick. Erling. Der Sperling. Der Sperling. Was sind die gelben Karten? Gelben? Äh, das sind Star Bowl Gold. Zehn pro Box, Jonas. Rico Lewis. Sieht geil aus, oder? Star Bowl war das erste Mal in First Edition. Ich glaube, vor... zwei Jahren. Jetzt haben sie sie hier reingepackt, haben denen noch diesen Gold Schimmer gegeben. Ich finde sie sexy. Bruno Guimari. Kommt denn hier noch was? Oh. Was ist das denn? Ja, okay, vorgesagt, zieh durch. Wattaru. Timo, W-Punkt. European Knights. Phil Foden. Boah, das ist ja voll langweilig, ey. Fuck. Hätte die Rivaldo. Aha. Fabio Vieira. Vieira. Base? Ja. Arsenal. Ja, eher so der Bankdrücker, ne? Guter Kicker, keine Frage, aber nicht wesentlich daran beteiligt an dem, was Arsenal diese Saison macht. Darf ich das so sagen? Ja. Zayamary. Katie B. Und... Santiago Jiménez. Ich glaube, da wird Jens absolut zufrieden mit sein. Wir haben ein Auto von Vieira. Ehrling. Wunderschön nummeriert. Rodri. Beistellt Tisch. Und er hat zwei Top-Loder bekommen aus dem Promo-Pack. Wunder vier Karten drin sind von Cristiano und der Kyogo Furuashi zu Fiddy. Ich würde sagen, wir machen Tarn. Weil vielleicht besteht ja die Chance, dass Erik bis dahin von der Arbeit wieder da ist. Aber er hat ja eben geschrieben zur Not auch. Tarn hat aber geschrieben, wir können... Ja. Definitiv auch machen. Ja, Tarn ist nicht da. Der hat zwei Boxen. Das heißt, der Chat sucht für Tarn aus. Wir brauchen diesmal aber zwei Nummern. Wie machen wir das denn? Erstmal eine. Wir machen das in zwei Etappen. Für Tarn die Box eins. Ihr wisst, wie es läuft. Auf geht's. Eins. Eins, eins. Eins hat gewonnen. Okay, dann kommt die weg. Und Runde Nummer zwei für Tarn. Ab jetzt nach Big Ben Berlin. Zwei. Alles klar. Ja. Easy. Okay, Tarn. Der Chat hat entschieden für dich. Dann gehen wir's an. Promo. Also wir müssten ja so langsam mal irgendwas unter 25 ziehen. Heftig, ne? Überlegt mal, wie viele Boxen wir schon weg haben. Und wir sind noch nicht unter 25 gekommen. Aber wir machen erst das Promo-Pack. Hat der Disconnect? Hat der Jens Catch-Auto? Äh, Auto. Fabio. Vieira. Base. Kylian Mbappé. Forzon. Barella. Tarn die nehmen wir noch mal mit. Ronaldin. Ihr habt da gesehen, mit welchem Style der Mann noch unterwegs ist. Bei dem Spiel. City Real. War das City Real? Ich glaube es was City Real. Wird behültigt von allen. War's da PSG oder nicht? War's da PSG? Macht viel mehr Sinn. Hast recht. Macht auch viel mehr Sinn. Ich glaube bei Real wäre er nicht so gut. gewöhlt worden. Obwohl selbst da muss man neidlos anerkennen. Und ihm Respekt zu haben. Egal wie woran. Finde ich. Aber das sehen ja leider nicht alle so. Okay, wir gucken für Tarn im Querschnitt und sehen erstmal nichts. Fuduhashi. Yoke Mich. Christiane Ronaldo Hedrick. Habe ich noch nicht häufig gesehen. Der war 2017 gegen die Bayern. Und. Oh. Schick Tarn. Ein Goldauto zu 50. Harry Kane für die Bayern. Stark. Und die Auto Quote hat mittlerweile die Rallye Quote überholt. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich dachte die packen viel mehr Rallye rein. Ein Duo. Erling Best of Best. Die Marias Seywald. Bukayo. Eine IC von Coopminers. Der war gestern mitbeteiligt. Der ist zwar Querformat. Aber das soll so sein. Madrid Magic. Angel Correa. Jolinton. Mbappé. Leao. Santiago Jiménez. Now Staring. Erstmal. Was war denn da? Das war eine Nachricht. Der hat ja das Paket nicht abgeholt. Aber. Der hat geantwortet. Aber. Der hat geantwortet. Der hat geantwortet. Der hat geantwortet. Und dann haben wir das. Harry Kane zu 50 Auto. Für Tarn in der ersten und ein Coopminers Number. Nimm mal mit. Sieht gut aus, ne? Ich meine wir reden hier von einem Paper Set. Es kann nicht aufhören dieses Set zu loben. Verdammte Axt. Guten Mittag Flo. Wie schauts. der wollte nicht. Ich weiß nicht ob bei heute nochmal. Fz Futter Futter ist. Ich weiß gar nicht wie viele Leute noch dran sind. Vogel, Stil, 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 Stil. Achso, das sind alle. Dann vielleicht. Wir haben, oh, hier, die sieht ja auch wieder. Skamaka nach gestern Abend Weltstar. Eine European Knights zu 99. Dann Arsene Zakariaan. Und Ganaccio. Habe ich Querschnitt? Ah, nee, Kang liegt ja schon. Ihr sagt mir Bescheid, wenn irgendwas quer oder so. Hier, das zählt nicht. André Correa. Paolo. Diego González. Ousman. Dembele. Rodri. Boah, was ist das für ein Vorname? Zieht euch mal den Vornamen. Quilinchi. Quilinchi hart machen. Oh, nein. So. So. Zyro. Danke für den Vorname. Landsman. Ich würde sagen Niederländer, oder? Nordrhein. Nation Niederlands. KDB. KDB. Zu Hobbyprodukten, ja, es ist halt Paper, ne? Es ist deutlich dünner. Ähm, von daher, also ihr kennt ja meinen obligatorischen Test. Ihr seht ja, also, es ist 23 pt. Der Stock ist ein anderer, aber das ist ja ganz normal. Der Name kickt hart, Mann. Der ist heftig, oder? Boah, der hat mich auch umgehauen. Habt ihr ja kurz gemerkt, da musste ich mich kurz sammeln. Aber da keiner drauf aufgesprungen ist, ist das nicht in den Lachkick ausgerichtet. Einmal Quilinchi hart, Mann. Ja, der ist schon gut dabei. Alles klar. Das war der erste für Tarn, und die war nicht schlecht. Nambats vielleicht nicht so, wobei die Scamacca-Insel wunderschön aussieht, aber ist halt zweimal Atalanta-Bergamo. Aber, ähm, was wir Tarn zu verdanken haben, ist eine Nambat von Rookie Quilinchi Hartmann. Dazu den Hurricane Autograph zu 50. Und, ich meine, Kedan Bappé kann immer in Sleeve kriegen, die Ronaldinho aus dem Ultimate. Stage-Chrome-Preview-Pack. Wann so ungefähr bei euch ist der Shop direkt wieder rauskommt, ist immer ausverkauft. Wie viel Uhr haben wir überhaupt jetzt? 16.36 Uhr, ich befürchte mit hier 19 Uhr, wer war das? Der Donjic, mit, äh, könnte eng werden. Ja, wir haben den, was wir noch fahren. Ja, erstmal gibt es jetzt für Tarn das zweite Pack. Aha, Timo ist am Start. Und hier ist ein Nummer drin. Martinelli. Schau mal. Jetzt stellt euch mal vor, es heißt, der, äh, Zerberus, hast du hier drin safe ein Auto gesehen? In diesem VK-Pack. Hier sind auch in der Checklist, ja? Vogel, das heißt gar nichts. Ist die Checklist die Checklist für die Promo-Packs? Ja, was ist da mit drin? Ja, ja, sicher. Ich finde das erstens generell mal schon geil, dass die da reinpacken und das dann noch Numberschancen sind. Autogramm ist erfolgt. Also auf Tops haben wir genau Chrome Lightboxen, um das Set hier zu relativieren. Also auf Tops kann man heute noch Chrome Lightboxen für 135. Oh, im letzten Jahr machst du mir. Ja, also ich bin kein Fan von Lightversions und ist halt Chrome. Ist etwas ganz anderes als Paper. Ja, das wurde das, ich wusste, dass Tom, dass Tom sich zu Wort meldet, der wird ja gut Kario sein, ne? Ja. Wir haben noch keins leicht zu sehen. Okay. Ja, die werden, die können, macht ja keinen Sinn, da viele von reinzupacken. Ja, ja. Also, Tarn Nummer 2, in dem Promo-Pack ist Tarn Nummer 2 eine Numberschancen von Hika Yusaka. War jetzt eine ganze Zeit weg, ist ein Chrome-Pack eine zusätzliche? Ne, ne, das sind immer vier Karten, meist Base, aber die Chance auf Autogramm ist da. Ich weiß nicht, wie die Quote ist, ich glaube, Cerberus Track ist gegeben. Wir schauen mal im Querschnitt, Tarn hat eine Memorabilia. Und wir starten mit Warren Zayamary. Robert Lewandowski. Was ist das? Sevilla, okay, das soll so. Trent Alexander-Arnold. Angel Di Maria nummeriert Purple, so 299, Ali Cho. Go to Dublin, Julian Albrecht. Now staring, erst einmal Declan Rice. Riku Levis. Take. Ethan Mbappé, Rookie Gold Starball wird definitiv getop-loaded. Shurandi. Er wird aber auch nicht besser. Quilinchi und Shurandi. Das wird schon auch Holländer. Netherlands. Daichi Kamada. Kilian, Mason Mount. Cristiano Hedrick. Lamine Yamal, Rookie Base. So, und hinten kommt die Memorabilia. Und die kommt von Rodrigo. Und ist zu 299. Also, fair aufgeteilt. Tan nimmt ein Auto mit. Eben Kane. Jetzt Rodrigo. Dazu hier eine Angel Di Maria. Und Ethan Mbappé. Dann geben wir das alles schon mal rüber. Zack, zack, zack. Dann dürften, wenn alles glatt läuft, jetzt noch 2 Numbers in den Pack. Das ist immer noch nicht gedroppt auf Topf, Leute. Nicht um 16 Uhr. Ich meine, ihr hättet wahrscheinlich das geschrieben. Da muss es 17 Uhr sein. Benzema Moukoko. Duranweel. Beino Gittens, der richtig Impact hat dann nach der Einwechslung. Hat das super gemacht. Aber alle Einwechslspiele hatten Impact. Brandt war, glatten Kurzwald an, Knick. Aber auch vorher was haben. Hummels und Stotterbeck an dem Abend gemacht. Donnarumma nammert. Auch Kobel hier mit ihren Matzen da am Anfang. Wie kann man die Dinger so herschenken? Love this cheek. Auf der Topf UK Insta-Seite gibt es einen Timer. Bis 18 Uhr, okay. Kammervinger Starball. James Tavernier. Harry Kane Starball. Malik Tillman Grün. Das ist 199. Dann sind wir eigentlich durch. Mit Namen war es Tony Rüdiger. Rico Lewis. Kyogu Fuduhashi. Und die letzte Karte für Tan ist Robert Lewandowski Starball. Schafft es Faustino in eurem PC? Nee. Nee. Ich kann ja Laminia machen. In unserer PC. Also dieses Jahr würde ich Laminia mal, wenn ich was Gutes von ihm ziehe. Also relativ low auf jeden Fall immer mitnehmen. Und auch erstmal behalten. Ja, das ist ja ein Scherz zu dem Nosuki, was draußen ist. Ja, ja, ich weiß. Aber trotzdem will ich es mal kurz. Weißt du, wer das ist? Faustino? Nee. Wir haben irgendeinen genommen. Bringen wir das kurz zu Ende. Wir haben Malik Tillman und Donnarumma. Ansonsten, wen könnte man das ja noch gut mitnehmen? Paris Brunner. Ja. Wobei der bei Edin ja wieder eh keine Spielchance bekommt. Junge Spieler sind ja aus dem SP haben wir schon. Vier Stück. Bakola. Guter Call, ja. Auch ein richtig geiler Kicker. Ich mach mal hier eben neue 55er. Mach mal 5er, ja. Hast du früher eine kolumbianische Legende? Wenn David Faustino war nicht der Fußball. Dann machen wir jetzt Erik oder Timo. Timo ist da. Timo ist am Start. Drei Stück. Das ist wieder harte Arbeit. Ja. Also wenn wir gerade bei diesem brasilianischen Namen sind, dann warten wir auf Hendrik. Er ist aber noch nicht drin. Ja. Also für Timo und Carola heißt es eins, zwei, drei, vier und schon wieder ein neues Case öffnen. 5, 6. Also das hier oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In der Premier League hätte es sicher noch zwei Tage gegeben, die sich besser ist, als das wirkliche eigene Takt. Da musst du doch erstmal drankommen, ne? Das ist ja dann auch immer so eine Frage. Einer ist fündig geworden. Also während die beiden sich die Box aussuchen, Carola und Timo, drücke ich mal eben auf. Thomas hat es zum Beispiel gefunden. Stark, Thomas. Oregens für zu Hause, für Sven. Fabian, gern im Scream öffnen, Luca Magic. Ach, der hat die sogar schon gekauft, der Luca Magic. David hat sich auch eine Oregens gekauft. Julian hat Frankfurt für zu Hause geholt. Yannick hat Frankfurt für zu Hause geholt. Thomas hat eine Box gefunden. Stark, Thomas. Wer hat noch gefunden? Wer hat gedacht, warum fummelt Thilo da am Computer rum? Andreas hat zwei gekauft. Und gecheckt hatte sich auch Nick. Stark, ihr könnt euch dann gleich einreihen, ich gebe das Vogel eben rüber. Ganz stark. Hab da einfach mal gelunzt. Eins, zwei, drei. Dann haben wir doch noch mal viel gefunden. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, aktiv sein. Endrick Autos gibt es doch schon, allerdings schon Leaf. Ja, würde ich mir niemals kaufen, also niemals, 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 Leaf ist, muss jeder selber wissen. Thomas hat zugeschlagen, Vogel, Andreas hat zugeschlagen und Nick. Ja, ja, da gehen wir einfach in der Reine. Die müssen ja alle da sein. Genau. Habt ihr gesehen? Einfach mal noch zwei Boxen eingestellt und vier verkauft. Oregens ist eine NBA-Serie. Sehen wir heute noch, wenn der gut von der Arbeit rechtzeitig kommt. Und Timo hat geschrieben, 246, das sind alle die hier. Hallo André. Ich glaube dann, der Reco Marcel erst mal nach hinten schiebt. Ja, ja. Warum ist die so beliebt? Was heißt beliebt? Warum? Weil wir die verkauft haben. Weil sie wunderschön ist, ist aber auch echt teuer. Ich glaube, unser Preis ist einfach auch richtig gut. Und es gibt sehr, sehr viele NBA-Fans und Wemby-Chaser. Nimm uns da mal bitte explizit mit dran. Was gab es an Hitze Aktualisierung, die ich die Börsicht mache? Puh, wir hatten drei SP. Ja, Vogel kann die in die Mod-Gruppe packen, André, wenn du möchtest. Das ist cool, danke. Jetzt drei Boxen für Carola und Timo. Wir starten mit eurem ersten Pet. Das ist Winnie, Benzema, Erling und Markus Thurin. Vor zwei Jahren hast du was wechselt mit dem Ansgar-Knopf, Base-Auto und Mac gepackt. Das war noch nichts. Überleg mal, wie sich Zeiten verändern. Wir haben heute noch kein Mac benutzt, weil, sind wir ehrlich, wir reden ja hier dann eben von Flagship. Und wenn es dann an UCC-Chrome-Hobby geht, dann hier geht auch, aber es war jetzt noch nichts dabei, was ein Mac hätte gekonnt. Das müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Es ist ein wunderschönes Set, aber wir wollen es jetzt auch nicht durchgemacht, wann wir Flagship heute rausführen. Ich weiß nicht, bei uns gab es gerade noch mal einen Drop. Hätte man aufmerksam sein müssen. Drei Leute haben es gecheckt. Wann der Drop bei Top ist, keine Ahnung. Okay, wir gehen rein. Haben im Quershit bei Timo und Carola im ersten Teil mal nichts. Wir haben Johann Bakayoko. Daichi. Ferguson. Starball Denzel. Denzel Washing. Der Mal geht nackig in den Top, oder? Wie nackig. What? Andy Cole. Ich habe nur die Nummerierung, nicht unbedingt von den Hits, aber das ist ja genau. Oh, es geht los mit... Oh, das ist ein geiles Auto. Oli Watkins. Also ich feiere den Typen, weil er dieses Jahr einfach eine Todesaison spielt. Base Auto Watkins. Richtig guter Stürmer. Und der ewige Scheren-Duo Starball. Watkins Oliver. Das ist mein frühes Auto. Rico Lewis. Die Auto-Quote ist erstaunlich. Santiago Jiménez. Drop ist um 18 Uhr. Okay, Drop ist um 18 Uhr. Ihr habt das als erstes gehört. Now Stairing Declan Rice haben wir heute auf jeden Fall schon gesehen. Benzema ist best of the best. Guardiol. Und Vinicius Junior hat diese Blue Smoke 125. Mojo. Also Auto und eine Numbers im ersten Stapel. 10 zu 9 für die Autos. Einmal Patch Auto. Hätte ich nie gedacht. Ich dachte, die knallen hier viel mehr Relics rein. Ich hätte gedacht, mindestens zwei Drittel Relics zu Auto. Ganz ehrlich. Und wir hatten bisher eine Box, wo was fehlte bei Jürgen. Allerdings direkt in der nächsten Box waren dann zwei Hits drin. Das hatten wir danach auch nicht mehr. Also ganz offensichtlich ist eine Karte davon in die nächste Box gefallen. Leider zur Lasten von Jürgen. Zur Freude von, ich weiß nicht wer es war. Ich glaube Holger. Gibt es Brutellas Autos? Nein. Ausnahmsweise und nichts dagegen bitte. Mal keine Frauen hier in dem Set. Finde ich sehr gut. Muss nicht immer überall sein. Reicht schon die Quote jetzt, finde ich. Der bei gemischten Women. Judy Thielemanns Wieder-Esten-Villa nach Olly Woodkins. Number 250. Ne, steht vorne wieder drauf. Game-Warn oder Match-Warn oder so. Und hinten not from any specific. Also, kann sie dir auch so ehrlich. Oh, sehr schön. Road to London insert. Ousmane Dembélé. Gold. Seven of Fifty. Da sind die jetzt. Vielen, vielen Dank an Andre. Die Emi. Nicolo Barella. Obama. Rodriguez. Scalvini. Sind vier Nummerierte jetzt. Dion Sterling. Jude Bellingham. Starball Gold in Pose. Sau geil. Ja, die gab doch letztes Jahr einen Flagship. Als wir den schicken. Da sind die wieder. Ja, genau. Die sind so große Karten. Das sind so Riesenteile. Da muss man sich dann am Ende irgendwie eine Klarsichtfolie packen. Also, das war Box 1. Und in Box 1 haben wir Olly Woodkins Auto. Road to London Dembélé Numbert. Vinny Numbert. Tiedemanns Numbert. Scalvini Numbert. Und Jude Gunn Starball. Moin, Fubbe. Box 2. Für Carola und Simon. Mal gucken. Uns fehlt immer noch niedriger als 25. Ist ständig für über, also wir dürfen mittlerweile bei knapp 20 sein. Auch ein deutliches Signal. Aber ein zu erwartendes. Es ist hier nicht mal eben schnell der Lohnnummer gezogen. Das hast du gezogen oder gezogen bekommen? Meine kam direkt in so einem riesigen Top. Oder ist gut? Ian Rudd hast du getroffen. Ozyman. Shalanoglu. Und 75er Rookie. Radkopf. Numbert aus dem Promopick. Bezogen bekommen. Box 21. Ja, mit den vier von eben müssten wir heute landen bei 31 Boxen. Also, das soll dann passen. Und, wie gesagt, der eine hat Origins gekauft und hat dazu, was ist hier denn? Dazu geschrieben, bitte im Stream öffnen. Hat er aber dann eben im Chat geschrieben, dass er erst noch arbeiten ist. Das kannst du ja nicht machen, wenn er nicht da ist. Nee. Aber er merkt noch ein bisschen. Was tut Patrick? Welche Karten sind die begehrt? In welchem Sinne ist Lulu? Das sind immer so random Fragen. Auf was beziehen wir uns denn jetzt gerade? Hier in dem Set. Dann wahrscheinlich das Lamine Jamal Auto. First ever. Kann man, glaube ich, so sagen. Rookie Karten. Ja, hier drin. Definitiv. Das erste Mal überhaupt Lamine Jamal als Autograph. Wir gehen in die zweite und sehen hier eine Relic. Das ist Ziamary Gold. Starboard. Andy Cole. Colina Smergol-Duel Auto. Ist auf jeden Fall auch drin. Diese... Wie heißen die? Alan Ginter? Ja. Hat schon Style. Die Maria. Bradley Barcola. Der kommt in den Top-Loader. Die erste Nummer ist Blue Smoke Joey Linton. Kubayashi. Kubayashi ist so ein Skispringer, oder nicht? Rico Lewis. Lamella. Kasimiro. Ah, Luca Magic. Da ist er. Luca Magic, bist du jetzt die ganze Zeit da oder immer noch am Arbeiten? Kubo. Weil ich habe gesehen, du hast es schon gekauft. Ich habe deinen Hinweis mit bitte im Stream öffnen auch gesehen. Es ist Kyle Walker mit diesem typischen Man City Jersey Style. Hey Thilo, stellst du nochmal Frutera in den Shop? Sealed, wenn ja, wann morgen Bonschlonzo? Gab es schon in Beginn Isaac Karten? Nein. Ich glaube wirklich noch gar nichts von Isaac, was irgendwie für andere Relevanz hätte. Tom? Wir haben Joey Linton numbered. Und wir haben Bradley Barcola Stabowl plus den Kyle Walker zu 299 Relic. Okay. Wie viel Uhr ungefähr? Keine Ahnung. Vormittag. Ich kann es. Ich bin auf der Arbeit. Ich kann mir den Stream jedoch angucken. Okay, dann ist es okay für dich, wenn wir das dann jetzt gleich machen? Um 19 Uhr habe ich Feierabend, fahre dann eine Stunde nach Hause. Ah, okay. Das heißt, du könntest es während des Streams, also vor 19 Uhr auf jeden Fall gucken. Ja, dann machen wir das doch. Ja, kurz Abwechslung, bevor wir dann in die letzten 10, 12 Boxen Flagship reingehen. Erstmal machen wir jetzt hier für Timo und Carola weiter. Wollen wir. Eigentlich dürfte ja jetzt nichts mehr kommen. Ich gucke mir den Querschnitt trotzdem an. Jamie Bein und Gittins. Sehe ich das richtig, das PYT beim Podium? Ja, definitiv. Bieten wir hier keinen PYT an, wo wir aber welche anbieten, wenn es dann in die Hobby-Version davon geht in Chrome. Ich habe gestreikt beim Gittin. Da habe ich richtig, boah, geil. Bradley Barcola Rookie. Habt ihr eben Starball Gold gehabt? Jetzt ist es die zu 250, nennen wir. Ja, wir können nicht hier nacheben. Am liebsten, wenn es Macher wäre bis... Ja, geht jetzt gleich hier nach direkt los. Ich habe noch eine Box von Carola und Timo hier liegen. Die ziehen wir durch und dann kommst du dran. Der hat zwei Boxen. Ich müsste aber auf deinem Zettel... Oder habe ich den hier liegen lassen? Ich glaube, du hast zwei geholt, oder? Julian. Ethan. Now Staring Ugarte. Erste Mal. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Dieser Schrift zu... Aber hoffentlich bin ich nicht ganz falsch. Jumanji. Ist die Art und Weise, wie das geschrieben wird, erinnert dich das nicht an Jumanji? Ich habe ja eben schon gesagt, ich hatte hier dieses... Indiana Jones Poster. Ja, okay. Thomas Mörs, Starbo. Vogel sagt Indiana Jones, ich sage Jumanji. Vom Design her, Indiana. Indiana Jones auch. Oder Vogel hat ja... Oder zurück in den Zuge. Okay, wir haben mehrere Filmposter. Das hat oft so einen Schritt. Wir sind uns einig, dass wir uns einig sind. Future Star Ali Cho. Hast du die Bestellung von ihm da nicht bei? Okay, dann gucke ich gleich. Wo hast du mir denn? Wo hat die Soccer-Dinger gegeben? Okay, Box 2. Hier sind Rakitic numbert. Nochmal eine starke Bar Cola. Und ihr hattet in dem Chrome Pack einen Rookie zu 75. Dann lasst mich kurz gucken, dann gebe ich dir den. Der muss da noch bei sein. Das ist Fabian. So, Carola Timo, Teil 3. Es wäre schön, wenn ihr diese Geschichte erledigt, ihr zwei. Ihr seid eh in jedem Stream dabei. Jetzt macht doch mal eben bitte unter 25. Damit wir das auch schon mal wieder haben. Erstmal gibt es das Promopack. Fühlt sich das Promopack dicker an als eben? Kann ja nicht, oder? Normalerweise. Freilich gibt es nicht. Okay. Santiago Jimenez. Der echte. Modric und Foden. Absolut nicht dicker. Fehlinformationen made by äh, wie heißt der? Donald T. Punkt. Zerborus, hast du dein Tracking mal im Blick gehabt? Joa? Also, ich meine, er hat ja immer schon den Hang dazu. Man hat ja auch in seiner Prime von den Trainern gehört. Trainieren war nicht bei ihm, ne? Aber er war ohne Lust. Er hat dann gesagt, wechseln wir an, ich mach drei Tore und dann wechseln wir nicht aus. Dann hat er das halt auch gemacht. Was musst du wissen? Ich wollte nur wissen, ob du dein Tracking dir angesehen hast. schon, und ob das alles on track ist, um gegebenenfalls morgen auf der Röttgenhaar anzukochen. Also, es ist ein Santiago Jimenez-Auto. Mia Hemm-Auto. Gibt's On-Card als, äh, Ellen & Ginta. Kylian Mbappé starten wir rein. Ach so, Querschnitt, ich seh nix. Jamal Musiala, dann Joao Nevis, Ronaldinho Hattrick-Card, es ist ein Santiago Jimenez-Auto-Forward. Hat der schon mal unterschrieben, Jimenez. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ist ein richtig geiler Stürmer, der garantiert nach der Saison zu einem größeren Verein als Svena und wechseln wird, würde ich sagen. Der ist irgendwie 22, 23. Mein Mexikaner hat richtig Hütten geschossen. Die Gelben sind es am weiterleiten. Okay. Ich drück die Daumen. Rico Luz. Serge Gnabry. European Knights. Quilinchi Hartmann, da ist er, ich soll er. Rafa Mil Green, 199. Julian. Trent Alexanderano, Jude Bellinger. Und Mohamed Ali Cho. Absolute Tormaschine. First Auto könnte, ja ne? Ich zeig auch Rafa Mil. Ich glaube auch Jimenez könnte gut gehen, eben weil er dieses Jahr absolut seinen Durchbruch auch vorm Tor gemacht hat und ganz Europa ihn jagt. Da bin ich auch gespannt drauf. Also Jimenez, First Auto für Carola und Timo. Hatten wir heute auch noch nicht. Der echte Ronaldo. Gebe ich die mal rüber. Der wechselt safe in die Premier League. Ja, alles was Rang und Namen hat, wechselt zwangsläufig in die Premier League. Oder du verfällst dem Ruf des Geldes. Wobei der Ruf des Geldes am Ende, ich meine Jordan Henderson und Co. haben es ja alle auch gesagt, so gut ist das da hinten gar nicht. Also von daher bleibst du dann wohl bei der Premier League. Letzte Hälfte der Bedeckenbox für euch zwei. Auf geht's. Auto ist raus. Ihr habt hier zwei Autos, eine Relic. Also wieder pro Autoquote, was ich echt erstaunlich finde. Kylian Mbappé, Hisharabi, Furuhashi, Martinelli, Benze. Achso, ihr müsst euch das eine erledigen. Aber die nimmt man auf jeden Fall auch mit. European Knights, Kylian Mbappé, IC Insel. Zu 99. Brauchen wir hier irgendwas gleich für? Äh, 175 haben wir, ja. 180. Haben wir auch noch 100er? Ja, auch. Ja. Die mache ich mir wahrscheinlich gleich mal direkt auf, weil hier stehen es nur noch ein paar. Die Maria. Schalanoglu hier, der ist quer, aber das ist ein Torwart, der muss. Laminia mal, kriegt einfach einen Schlieb. Now Staring. Maison Mount. Zaya Emery. Erling Haaland, best of the best. Lamella. Quer Solso. Duran will. Und hinten nochmal eine Blue Smokey. Casemiro. Dann haben wir es. Also, Ottawa Jimenez. Hier noch European Knights, Insel, 99er, Kylian Mbappé und Casemiro zu 125. Drei Boxen. Vielen, vielen Dank euch zwei, wie immer. So. 100, 130, 130 nehme ich mir vielleicht auch mal noch dazu. Tick-Sleeves liegen hier auch. Ist das wie letztes Jahr, dass die Kleinboxen bei Müller gibt? Also, es gibt davon Blaster. Es ist noch nicht ganz klar, ob es die in Deutschland geben wird. Aber... Es geht super, vielen, vielen Dank euch ein schönes Wochen. Wünsche ich euch auch. Wir hören uns bestimmt. Aber es ist möglich. Ja. So Leute, jetzt mal ganz kurz was anderes und was wunder, wunderschönes. Glaubt es mir. Da werden Vogel und ich nehme die auch noch rein. Und zwar ist Fabian jetzt dran. Und Fabian, du darfst aussuchen. Das ist sie. Die neue, heute erschienene Oregon's NBA. Natürlich, wie immer, Victor Wimbanyama haben. Wir würden es aber auch nicht gegen ein Nikola Jokic Auto wehren. Two Autographs, all memorabilia cards per Box und Average. Für insgesamt nur sieben Karten pro Box. Der Look ist extraordinary. Das heißt, fünf Chancen auf Wemby. Weil unterschrieben hat er, nee, eigentlich sechs. Je nachdem, memorabilia kann sogar Wimbanyama sein, glaube ich. Also, vielen, vielen Dank Fabian. Dann legen wir los. Ich habe keine Ahnung, welche PTs wir brauchen. Ich denke mal 550, 75. Und Ich würde sagen, ja, das ist eine SP-Ader. Die ist schon gut. Was hat es geschrieben? Zwei, drei. Alles klar. Dann drücke ich dir die Daumen. Wir gehen auf jeden Fall auch rein, Fabian. Vielleicht siehst du dann mal bei Discord. Bei Discord. Bei uns. Ihr könnt gerne einen Discord posten, falls du am Start bist. Ich wollte Instastory sagen, unsere Hits. Ich weiß noch nicht, wie viele wir davon öffnen sollen. Aber weißt du, was gut ist? Fabian, dass du jetzt hier im Stream schon mal machst. Weil dann weiß ich, okay, die sind so und so aufgebaut. Soll ich dir die Boxen mitschicken? Alleine, jetzt erinnere ich mich wieder dran, wie die Box aufgeht. Da geht mir einer ab. Look for on card. Achtet, wie das Pack aussieht. Holy shit. Das ist der Boxen mitschicken. Äh, inlay. Jetzt wüsst du aber, warum so ein Ding dann 400 Euro kostet. Nur wegen, weil eine Box so aufgeht. In die Boxen schicken wir mit. Okay. Gehen was an. Look for. Ja, ja, klar. Dann gehen wir nicht wieder Redemption, Power. Okay, wir sind richtig rum. Gehen was an. Oh, ich hab zwei. Dann machen wir es eben so. Das ist Chat. Chat has left the server. Chat Holmgren. Okay, see. Ich glaube, man startet mit Base. Ich glaube, man startet mit Base. Ich glaube, man startet mit Base. Rookie. Fabian, erklär mal, wie ist das bei dir? Ist es auch dieses starre, einzigartige Blicken auf Victor? Oder ist es bei dir auch mal Markus Cesar? Also, ich würde sagen, 55 BT. Das ist Chat Holmgren. Hinten noch Base und Numbers. Ja, aber das sind ja dann die wichtigeren Karten. Die Numbers. Wenn es um Rambi geht. Ja, ja, das ist die absolut abnormal schön. Headshows. Shepard wie Hirte auf Englisch. Rookie on Card Auto von Ben Shepard. Anderm Bad. Das kann ja kein Wemban Yama sein. Also, da müssen wir uns nichts vormachen. Der würde bei uns in der ewigen Rookie-Kiste landen. Dann ist noch die Frage des Timings. Drei oder fünf Jahre Plan. Wir hatten ja vor kurzem... Scheinten länger halten. Was kommt jetzt bitte? Universal. Studio. On Card Auto zu 10. Utah Jazz. Jordan Clarks. 9 of 10. 5 Jahre sollte das schon sein. Aber da bin ich leider wieder nicht so in der NBM zu sagen, wie gut ist er. Aber On Card kommt geil, ne? Auch die Farbe des Neon-Grün. Das Gold ist ja bei Panini immer 10. Dann ein... Man muss halt auch immer die Erwicklung berücksichtigen. Ja, genau. Deswegen sagen wir ja definitiv... Jetzt jeder sieht, dass Wembi der Elgin ist und alles zerstört. Aber wer sagt das? Ein Marcus Sessa. Oder dann eben Scoot oder so. So viele Beispiele, die waren irgendwo... Top... Ja, 15, 17 und auf einmal sind die nach drei Jahren Superstars, ne? Also, you never know. Deswegen unbedingt halten. Vor allem, du musst dir überlegen, du kaufst eine Box für 400 Euro. Der Rookie auf Platz 14, der jetzt gerade nicht performt, verkaufte für einen Swanny. Ja, ja. Und stell dir vor, du guckst in fünf Jahren und die Karte ist 200 wert, dann beißt er dich doch in den Arsch. Jordan Clarkson. Also, On Card Auto, On Card Auto. Ab jetzt ist Wembi wieder möglich. Ne, ne, André, noch nicht. Okay. Rupert. Ryan Rupert. Portland Trailblazers. Es ist einfach nur Bass. Sieht anders aus, ne? Aber sieht anders aus, ja? Vielleicht ist das so eine Variation. Mond und so. Wo Chet war eh nicht. Ja, stimmt. Es fehlt mir noch so ein Insert. Einer müsste mindestens. Zu 25, Jalen Green, das ist die Numbered, Houston Rockets. Qualität ist aber auch hart on point, also wirklich saustark. Und was ist dann die letzte? Gibt's so? Oh ja, hier ist irgendwas. Hier kommt irgendwas Verrücktes. Und dann sieht's schon an der... Normal war immer einer, ja. Ich spüre gleich was. Es knallt. Das Rookie-Logo ist definitiv nicht The Alien. Es ist Jaime Chakes. Auch ein guter Spieler. Zu 75 Originals Rookie Jaime Chakes Junior. Da musst du ja auch, während wir drauf klarkommen, auf die Farben auf der Karte. Der hat mich schon ein paar Mal gesaved, diese Jahre. Ja. Dann hast du wahrscheinlich die beste Karte, die wir aus Prism gezogen haben, ne? Er hat zwei geholt, ne? Genau. Zwei Stück. Also, wir fassen einmal kurz zusammen. Wir haben Unkar zu 10, Auto von Jordan Clarkson. Die Chakes zu 75 als Originals Rookie. Jalen Green zu 25. Ryan Rupert Rookie Base. Unkar Rookie, Auto von Ben Shepard. Markus Sesser und Shed Holmgren. Warte mal, wie war das denn mit diesem Tiger-Ei und so? Steht... Ultra-Ei steht hier drauf. Wo hast du das gesehen? An der Seite steht Ultra-Ei. Ach so. Wie, hier, wie heißen sie jetzt bei Revolution? Galactic. 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 Dann jetzt. Wemby Tiger. Ein Tiger-Ei-Wemby. Mehr muss es doch gar nicht sein. Let's just please. Gut, wir legen wieder los. Box 2. Da starten wir rein mit. Demi Lillard. Was ist das für PT? Was nimmst du? 55. Okay. Das könnte Redemption sein. Es gibt keine Panini-Boxen ohne. Jed Howard, Along the Magic. Das ist ja der Autograph-Spot. Es gab zwei Autographs eben. Normalerweise stand der Memorabilia auch möglich. Oder sind die jetzt einfach nur so umgedreht? Die sind einfach nur so umgedreht. Das ist definitiv keine Redimage. Okay. Da steht schon. Mike Miles Jr. Rookie on Kart Auto. Ja, das ist das Gute da. Braucht man gar nicht auf den einen hoffen, weil der unterschreibt nicht. Mike Miles. Ja, aber zwei, drei. Andere, ne? Auf die man dann guckt. Die ist nötig. Wieder Rookie. 150 Elevation von Tumani Kamara. Seine Unterschrift ist richtig. Der T-Strich unterstreicht sein Kamara. In den Bergen befindet er sich da gerade. Aber ich wüsste nicht, Kamara steht hier, welcher Pick das war. Ich glaube nicht. Ist jetzt keiner von den Rookies die Vollball an, oder? Ist Fanatics official. Ja, genau. Tops, Fanatics. Kamara, Sammler in Europa. Da hätte der Spot vorher sein müssen. Der wahrscheinlich beste Basketballspieler der Welt. Ich glaube, das wahrscheinlich kann man sogar fast streichen. Jokic. Die letzten Jahre, ja. Ja, wird schon wieder MVP. Dritte Jahr in Folge. Das ist ja nicht normal. Und dann noch zwei Karten. Dann ist es leider, Kamara ist Belgier, okay. Ja, das sind wenig Karten. Ja, zweimal sieben, dann ist es vorbei. Aber gut, das wussten wir ja. Das ist John Moran zu 99. Was ist mit ihm? Hat er wieder mit einer Knarre rumgefucht und ist gesperrt, oder? Mit Luca Donchik zusammen aktuell ist es safe. Okay, dann haben wir letzte Karte, dann ist es schon wieder vorbei. Das ist wieder Insel. Eamon oder Ossar? Dorn. Dorn von Arthur Thompson. Also ganz offiziell natürlich Rookie, aber wenn kein Logo drauf ist. Dorn, Ossar. Und dann ist es, aber das ist so schlimm, dass das schon vorbei ist. Weil das einfach... Nein, das ist ein Harder-Chase aus. Nicht nur du, ich wollte auch. Wir gehen auch rein. Ossar Thompson, Jaumorant 99, Nikola Jokic, Onkatsu, 150 Rookie Auto von Kamara, Rookie Auto von Mike Miles, Jet Howard Rookie Card und Damian Lillard. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass du zwei genommen hast und wir die hier sehen durften heute im Stream. Bock, leider viel zu sehen. Wir werden das heute Abend auch noch nachholen. Ich würde mal jetzt aktuell schätzen, Vogel zwei, ich zwei. Dann müssen wir eben die Tiger-Ei-Wemby ziehen. Servus, haben wir schon die Eintracht-Boxen aufgemacht? Lorenzo, nein. Wir haben die einfach nur im Shop, heute gar nicht in der Livestream-Kategorie, was daran liegt, dass heute Release Day von UCC Flagship 2324 ist. Aber wir wollten es natürlich uns nicht nehmen lassen, auch die Oregon's NBA, weil ihr habt gesehen, was für wunderschöne Karten das sind. Und Fabian hat gefragt, also machen wir das natürlich gerne. Die kommen dann Montag mit in die, wenn wir Montag streamen sollten, mit in die Stream-Kategorie. Und wer da Bock drauf hat, kann gerne zuschlagen. Jetzt ist Thomas dran. Genau, ich bin mir mit einem. Wird das auf Bewegtbild festgehalten? Nee, ich hab's gehört nur rein. Das machen wir ganz entspannt abends vorm Fernseher. Da kommt heute irgendwas? Fußball ist nichts Tolles. Ja, egal, dann einfach nebenbei. Da fehlt noch. Ja. Also, irgendwo ist. Das heißt, wir gehen hier auf die Zielgeraden. Wir haben noch Thomas mit einer, Andreas mit zwei, Nick mit einer, Eric, glaube ich, mit zwei und Mr. King of Spades mit drei. Wir machen das Promo-Pack und starten damit. Victor Uzimen, Hakan Shalanoglu, Alfonso Davies und hier. Immerhin. Thomas, auch hier der Rat, solltest du ihn nicht behalten wollen, ist das für mich was für Ebay-Auktionen. Und mal gucken, wo die Reise hingeht. Könnte eine teure Reise werden. Das ist also nicht Holland, das ist schon Bali. Und dann, wo die Reise werden. Ok, auf gehts, Querschnitt, ich seh nix, wir müssen noch diese unter 25, das gibt's ja wohl nicht. 10, 5 Wunderbar, die brauchen wir, die ist schon mal sehr geil, das ist Top Loader, Bacola Star Ball Gold, Rival durch Head Trick, oh wie schön, 25 of 25 Jude Bellingham in Vollpose, Orange, der müsste schon fast in die Top Hits von heute, ja, definitiv. Kamada. Warum ist die so rum? Das ist Short Print SP Zidane. Zidane. Also es ist Laminia mal im Promopack, Jude zu 25 in der Pose, Brett Elberkola, Star Ball Gold Rookie und Zidane SP. Junge, Junge, Junge. Laminia mal weg, ja, kriegt auch. So, Thomas läuft, Isachsen, lauf vorbei, Forson, Pepi, Star Ball Alvarez. Oh, das war ein Starter, lass mal das mal kurz liegen, so für den Box Overview. Danke, Andre, der hat den da reingepackt, wo ist Jude zu 25? Sehr geil. Vielleicht bin ich froh, aber wie erkennst du, dass die SP sind? Die war umgedreht, das war jetzt in dem Fall einfach und auch, ich glaube, in der Checklist wäre die Nummer 10, wahrscheinlich gar nicht Sinedine Zidane. Gut, das habe ich natürlich nicht erkannt. Genau, Legenden sind, so hieß es eben, alle SP oder SSP. Wir haben noch keine SSP gezogen, es sei denn, wir haben in den ganzen Boxen was übersehen. Also es gibt ja noch seltener. Sonst ist das Bild halt anders, nicht so wie in den Spieler ganz normal. Querschnitt, das ist eine Relic. Zai Emery Star Ball. Levy. Usiman. Kamabinga. Now Staring Rice. Ali Cho. Rico Lewis. European Knights Lamine. Und Future Star Beistelltisch zu 50. Nathan. Julio Anciso. Erling Haaland. European Knights. Casimiro. Salah mit metric. Und eine Relic hinterher. Fehlte die noch? Ja. Achso, ich dachte wir hätten was. Ja, ich habe mich hier von, ich habe Horst Koch eben gelesen und dachte wir hätten schon Güler Auto. Aber das war ja gar nicht. Das war nur ein Call. Es ist Jack Grealish. Es ist Jack Grealish. Zu 299. Plus Beistelltisch zu 50 als Future Star. Es war. Isaxen für Lazio. SP Zidane. Bacola Golden Star Ball. Und Jude zu 25. Metricolose ist Gold Star Ball gewesen. Andermachen. Ja, es ist einfach nur ein Star Ball. So wie dieses Ding. Zwei Stück für Andreas. Ja. Thomas, wir haben zu danken. Andreas ist dran mit zwei. 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 Wier. Zack. 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 Sie haben in den straßen das Geld her. Sehr gerne. Du warst ja geistesgegenwärtig und hast einfach mal den Drop Refresh. Promopack. Auch positiv, es fehlt da noch in keiner Box das Promopack. Und hinten ist blau. Bukayo Saka, Wayne Rooney, Karim Adeyemi und zu 150 Rookie Fermin Lopez. Einer von den Young Guns vom Barca. 1-40. Aber Leute, ihr sagt so wie es ist, in diesen letzten 10 Boxen oder wie viele es jetzt noch sind, muss ja, also kann ja nicht sein, dass in über 30 Boxen die niedrigste Nummerierung eine 25 ist. Zumal das hatten wir als Auto und als Standard Nummerierung. Gerade zum Beispiel die Juul Auto war glaube ich Sinschenko. Ich glaube, Querschnitt sagt erstmal nichts. Dann legen wir los mit Radkopf. Now staring Jude Bellingham. Sehr schick. Top-Roller drum. Erste Mal. Garnaccio Star-Wall. Shala. Best of the best. Isaac. Jan Aurel Bissek. Rookie Inter Milan zu 250. Callum Wilson. Nächster Nummer. Alexis McAllister. 2-99. Soglu. Rashford. Rico Lewis. Ndu. Und Ndu. Und Ndu. Und die packen wir dir mal ein, weil es Jude sieht super geil aus, die Karte. Teil 1. Martino, gut im Tag. Ich habe euch noch nie bestellt, schicke dir immer nur einmal in der Woche. Was? Wer macht das denn? Das ist schlecht. Kennst du aber TTC-Qualität nicht. Da muss ich ja schon die Sendungsnummer haben. Ja eben, die Sendungsnummer habe ich sogar schon rausgeschickt an alle. Wenn du nicht gerade deine E-Mail-Adresse falsch geschrieben hast, hast du die Sendungsnummer sogar schon bekommen. So, Querschnitt. Okay, das muss ja dann ein Auto sein. Erstmal hier Cinematic Citizens. Winnie Stabal. Luni. Hatrick. Oh. Zu 5. Marcel Desai, Legend, AC Meuland. Jawohl, das ist der Mech. Da ist es passiert. Es ist passiert. Zu 5 Auto Ultimate Stage Legend, Marcel Desai. Gestern Abend für dich habe ich das gemacht, Silberus. Aber ohne DHL-Jagke. DHL-Jagke. Stell dir mal vor, wie das aussehen würde. So, alles fertig und dann siehst du diese... So wie Polizvieh. So eine Fake. D-L-H steht da da drauf. Falsches Cake, ne? Du musst dich melden. Bei einem Dreh. Oh, die kommt, die kommt hart. It comes hart. AC Milan, 4 of 5 Autograph. Wir haben alles auf einmal. Wir haben Niedrig. Dann ist es sogar noch ein Autogramm. Sehr, sehr schön. Der hat zwiegend... So eine Fake-Jagke. Okay. Weiter geht es. Das ist wunder, wunderschön. Jamie Beino Gittens. Also Andreas, solltest du kein AC Mailand-Sammler sein. Du würdest wahrscheinlich Zerberus einen großen Gefeind tun. Aber ich glaube auch ein paar anderen. Ich will jetzt hier also keine Namen droppen, ohne dabei vielleicht einen zu vergessen, der dann sagt, ey Kilo, was soll das? Das ist wieder ein Set, das bei Tops innerhalb von Minuten ausverkauft ist. Glaube ich nicht. Würde mich wundern. Soll um 18 Uhr droppen. Wir werden es gleich sehen. McLovin. Kaka. Hier kommt noch eine Namba. Diese Blue Smoky-Dinger. Richtig schön. Alarcom. Die ist auch nochmal schön. Madrid Magic. Vinny und Kammervinger. Bitten zum Tanz. Ja, was soll ich mal sagen. Die war es. Die war richtig, richtig gut. Wir haben hier nochmal Alarcom. Now Starrin Jude. Bissek und McAllister. Aber hier, das ist der Gewinner. Marcel Desai. Ultimate Stage. Legend Autograph. 4 of 5. Und jetzt macht euch drauf gefasst. Andreas hat ja noch eine. Ja, die Uhrzeit hat irgendjemand im Chat geschrieben. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich hoffe, in der Farbbehindert gibt es nur 5 mal ein gesamtes Set. Oder was meinst du? Achso, ich habe nicht mitbekommen. Das ist irgendeine Frage. Genau, in dem Fall, 4 von 5 ist eine sehr, sehr limitierte Autogrammkarte von Marcel Desai. Wir haben ja bisher viele verschiedene Sachen gesehen. Die gibt es in der Farbe, genau. 5 Mal auf in der Variante. Und zweite Box. Jetzt noch was Schönes von dort. Ihr kommt auf jeden Fall hinten in Nambad. Lautaro Martinez, Yusufa Moukoko. Zu 75, auch nicht verkehrt, ne? Ja. In diesem Bonus-Pack. Rivaldo zu 75, Barcelona. Andreas, das läuft. Moin, Charlie. Ich glaube, das ist Charlie. Die hießen alle mal anders. Die sind alle unbenommen. Diese Zecke, ey. Wie sieht die Ausbeute von der Box aus? Safe, ein Autogramm. Relic oder Autogramm steht drauf? Ja. Bisher die Quote hat pro Autogramm. Was ich nicht gedacht hätte. Okay. Mal gucken, ob... Also, das zu Top-Mandreas... Puh. Now Staring Alexis McAlester hier ist. Was für Dortmund. Jamie Beinow Gittens Golden Starball. Robert. Die Tops Now Wembley sind heute auch angekommen. Sogar nummeriert. Das war deine im Discord. Stefan, eine habt heute im Discord gepostet. Warst du das? Ich habe immer noch keine Sendungsnummer. Nee. Das ist definitiv... SP Rasmus Hölljund. Schon wieder, Andreas. Ich habe leider... Ich guck mal... Nee, das war ich nicht. Was hast du denn für eine Nummerierung bekommen? Auch 99? Beschwer mich mal eben, dass ich keine E-Mail bekomme. Na ja, aber ich bin, glaube ich, auch nicht der Einzige, wenn ich mir den Discord so ansehe, der noch gar keine Info hat, oder? Dann Victor Usimen. Number zu 75. Ist halt echt Hard Color Match. Rode 2. Fonzie Davis. Die ist zu 250. Baleba. Drei mindestens Martino. European Knights. Und Alejandro Galaccio. Okay, die dazu. Da hattest du auch sogar die Numbers und die SP Hölljund. Also wieder stark bis jetzt. Und der Hit fehlt noch. Number 22. Mein Wambi steht auch noch auf Estimated Ship. Aber hast du, Max, hast du für den allerersten Wambi, da reden wir ja gerade von, ne? Eine E-Mail wurde verschickt und Sendungssummer bekommen, oder? Ja, bei mir steht auch noch ein paar, aber ja, okay, das heißt, ihr wartet auch noch auf den ersten Paar, haben es bekommen. Das heißt, die Dinger müssen in Deutschland oder Europa, aber keine Ahnung wo sein, und werden dann so teilweise raus, ich verstehe nicht genau warum. Ich warte auf 20. Ich glaube, einige, die jetzt bekommen haben, haben alle nur eine bekommen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ganz lieb. 130. Also, Andreas nimmt hier alles auseinander. Spontan mal reingegangen. Nahezu 49. Uh, 49 Wambi. Okay, der ist schon richtig hart, seine allererste mit dem Rookie-Logo drauf, da kann man nur beglückwünschen. Ich mach das jetzt mal anders. Schreit nach Patch, ja, ja, muss Patch-Auto sein. Julian Alvarez. KDB. Was wäre dann das zweite in Box? Irgendwas. Lamin Jamal. Oh, schon wieder das liebste. Alexander-Isaac Gold Star-Wall. Das wäre gegebenenfalls was für André. Andy Co. Bingo, guten Tag. Läuft super. Du erlebst gerade wahrscheinlich die beiden besten Boxen. Also, die erste eben war mit dem Auto auf jeden Fall, würde ich sagen, die beste heute. Dann eben gerade Hölju und SP auch super. Duranville, Duranville auch gut für Andreas. Dann haben wir Chido. Hier, Ex-Dortmunder. Den feierst du doch bestimmt auch. Box 25 und jetzt kommt das drauf an, was wir hier haben. Also, ich mach mal jetzt langsam. Wir haben ein Fermin Lopez Star-Wall-Rookie Gold. Da kommt ein Top-Loader. Ich muss... Jared Bone. Ja, hier den Hedrick Messi nehmen wir auch mit. Oh, die ist sogar hart numbered, glaube ich. Was ist das? Da kommt noch eine Karte. Das ist Chick Grealish. Doch nicht. Zu 25. Aber warum ist die dann plötzlich so dick, wenn es nur Relic ist? Macht das irgendeinen Sinn? Weil, ich meine, da ist ja jetzt auch kein dickerer Patch. Steht irgendwo Auto? Nee, aber nur Relic. Nee, Superstar Relic. Vielleicht, weil es zu 25 ist, wird es auf dickerem Stock gedruckt. Das Trikotstück sieht natürlich anders aus als die City-Stücke eben. Ich fasse da mal kurz drauf. Keine Ahnung. Haben sie uns gekriegt? Ist zu 25, Jack Grealish. Brauchen wir uns nicht beschweren. Moin, Krimi. Ja, habe ich auch gedacht. Dachte auch, das wäre sick. Trotzdem mehr als zufrieden. Warte, jetzt kriegt hier aber auch Messi. Noch ein Sleeve. Und Krimi noch. Ja, lief super, Andreas. Lief wirklich gut. Und Starball und die 25 Grealish. Grealish-Stutzen sind ein bisschen dicker. Das ist der Grund. Ich glaube auch bei den Waden. So, jetzt kommt Nick. Nick mit einem. In dem Stapel ist noch eine Purple drin. Purple ist normal. Purple ist nicht number. Ja. Ist nicht nummeriert. Nee. Habe ich die ganze Zeit nicht getopped? Oder einmal die hier. Ja. Das ist eine echte Purple. Okay, dann gib mir die. Ach die, ja. Okay, ich bin bei dem Video-Stick ein bisschen abgewichen. Sorry, danke dir. Das ist die 92. Bilal Nadir. Ja. Erinnert mich an Museum Bundesliga, der war zu 25 Nieder ja auch immer dicker als vier. Ja, okay, dann. Ich ist ja auch eine Aufwertung, wenn die Karten dicke mehr hergibt. Bin ich auf jeden Fall okay. Ich bin da. Nehme die zwei. Okay. Nee, nee, der ist. Ah. Daumen gebrochen. Aber kann weitergehen. Nick. Okay, jetzt haben wir die. Also jetzt die Numbers noch zu toppen, heißt One of One. Was jetzt noch kommen darf, kommen könnte, wäre SSP oder diese Runde Christiano USP. Aber erstmal machen wir hier das Promo-Pack für Nick und dann kommt Under Eriksen und dann King of Spades. Wäre schön, wenn Herr Spades langsam mal aufgeholt. Ich schreibe, ich schreibe dem gleich eine Nachricht, oder hier ist Duran Wild, hat einer von Marcel Havertz ist es zu 150 mal eben eine Nachricht schreiben an Herrn Spades, dass wir ihn brauchen. Spätestens in 20 Minuten. Und Erik hatte eh gesagt, dass er wahrscheinlich nicht da ist. Er hat einen Ginter Auto, stimmt. Hatten wir auch noch nicht. Ja, stimmt. Und wir dämpchen für so einen Tickel. Und wir dämpchen für so einen Tickel ist auch nicht verkehrt. Sp hat an dem Kürzel und ist entweder an der Legende oder im Querformat, hat hinten anstatt 234270. SSP steht drauf, USP gibt es nur eine, das sollte jeder sehen. Das dürfte eine Cristiano Ronaldo sein, da sage ich nicht, wenn wir sie haben. Was wir auf jeden Fall sagen können, das Case, was hier unten steht, wäre das Personal Case gut gewesen. Oh, wieder dick, was auch immer das heißt. Ja gut, wir wissen ja jetzt, dass es nicht automatisch Relic Auto ist. Ich packe sie wieder nach unten. Hab ihm WhatsApp Bescheid, danke André. Zaya Emery, Starboy, bin da. Mann ey, was kaufst du auch Häuser und baust die um. Davin Nunes, ist alles fertig, kann ich hier einziehen? 199. Grave ist aber was anderes als die USP. Achso, Christel, Rico Lewis. Jonathan David. Lamine Jamalnik, das ist mit mir, ja. Wir ziehen hier einfach alle irgendwann, dann passt das. Für heute haben wir auf jeden Fall unser Soll für eine Flagship-Paperset-Serie mehr als erfüllt. Und haben ein klares Feedback zu der Serie für das, was man am Anfang nicht dachte. Sehr, sehr stark. Jamie Baino, richtig cooles Ding. Ja, und da gibt es noch den Über-Chance, aber den gibt es noch einmal in den ganzen Aufnahmen. Die Bordenkarte von Birmingham. Just the Boy from Birmingham. Ja, den Treffen. Oh, hier, Jamie Baino Gittens IC-Number. Sehr schick. Jared Bone. Haaland, Tedrick, Baino Gittens, Future-Star-Number und Darwin. So. Anfällt die, Maria? Ja, war das Event von Tops mit Ju. Das ist nicht lange her. Ja, dann haben sie die Karte dann nochmal. Es ist wieder ohne Auto und zu 50. Okay, dann vielleicht ab Gold zu 50 in so ein 130. Wahrscheinlich, oder? Alles andere wird keinen Sinn machen. Weil dann gibt es keine klare Linie und irgendwo muss es die hier geben. Da hat ja nicht einer gewürfelt und gesagt, ja, die dick, die dünn. Also Goretzka zu 50. Relic, Darwin, Nunes, Baino Gittens, Haaland, Tedrick. Plus das hier. Dann haben wir noch eine Hälfte. Wenn Marcel jetzt da ist, würde ich sagen, machen wir die drei von Marcel hier nach. Und dann hoffen wir noch auf Ander Eriksen. Der hat aber zur Not das Go gegeben. Und dann dürfen wir nach insgesamt, werden es über 30 Boxen gewesen sein, sagen, das passt. Dann geht das morgen früh alles mit DHL raus. Und über das Wochenende gibt es ein bisschen viel. Und dann mal sehen. Eigentlich habe ich gedacht, ich streame Flagship nicht viel. Also einmal, ehrlicherweise, habe ich gedacht, mache ich es und dann nicht mehr. Jetzt könnte es sein, dass ich es Montag oder in den nächsten ein, zwei Streams nochmal mit aufnehme. Das ist sehr gut. Goretzka für die Bayern-PC ging super. Dann gehen wir in eine zweite Hälfte. Mal gucken, vielleicht gibt es hier irgendwas Bonus. Wobei, Bonus hatten wir nur einmal. Und da fehlte vorher was. Die Ballack, Xavi, Simmonds, Di Marco. Best of the best Salah. Erling Haaland, Starball, nehmen wir auch mit. Ist das für Einsteiger für mich geeignet? Definitiv. Das ist ein perfektes Einsteiger. Ich hoffe nicht, Marcel, weil First Edition war jetzt nicht so geil. Und wenn jetzt das kommt, spricht dann alles gegen First Edition, oder? Ja, First kam immer später, oder? Da kam First Edition nach Flagship. Ich muss mal gucken, datummäßig letztes hier. Julián. Aber ich sage dir eins, Marcel, das hier als Vorlage, als Deck, die kleine Vorlage für Chrome Hobby, heißt Chrome Hobby, wird brachial gut. Leider. Audrey. Skamaka. Deon. Und SP Örling. Eindeutig. Eindeutig. Immer vor Flagship, ja, echt, okay. First Edition kam immer vor Flagship, ja. Das war jetzt ja auch so. Chrome Hobby wird ab nochmal. Also, Short Print Haaland mit dem Ding. Now Staring Jude. Dann haben wir sogar noch eine Star Bowl Gold Örling. Und eine Smoky Blue. Randall Kolomohani. Ja, dann haben sie es hoffentlich sein. Ich sehe die LKWs in Arnsberg anliefern. Ich auch. Und ich sehe leider auch Personal Cases fliegen. Nix. Die war gut, ne? Generell, das Case bisher Bombe. Mal gucken, ob das so bleibt. Wir werden es jetzt sehen. Marcel hat drei. Ich muss nur nochmal eben kurz schiffen. Und dann gehen wir in die letzten fünf. Okay. Okay. So. So. Okay. Okay. Genau. Okay. Vielen Dank. Ein Blaster gibt es, aber wir müssen noch nicht, ob die es nach Deutschland schaffen. Tops ist dran, war die Aussage. Marcel, kannst du auslegen. Yo. Marcel, dann leg mal los. Eins, zwei. Marcel bleibt hier stehen. Marcel bleibt stehen, der kommt nächste Woche. Es sei denn, wir treffen jetzt irgendwas astronomisch Gutes. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann kommt er morgen. Wahrscheinlich. Es steht noch nicht fest, ob die nach Deutschland kommen, die Blaster. Eins, drei, sechs. Eins, drei, sechs. Eins, drei, sechs. Eins, drei, sechs. Ich glaube, Marcel geht dann auch, wie wir, eher in Chrome Hobby im Case oder mehr. Also, Promo-Pick für Herrn Spades. Wir starten mit Alarcom, Colomuani, Leao und Müller. Nothing major. Chrome Case, ja, definitiv. Wie auch, also, wir auf jeden Fall auch. Wie immer. Wir werden, wenn Chrome Hobby und so kommt, Cases auch für den Stream anbieten. Die, die Cases kaufen, kriegen sie natürlich onstream günstiger, weil es geiler Content. Müsst man sich einfach dann früh genug, wenn es soweit ist, melden. Und dann kriegen wir das alles hin. Das ist quasi die nochmal aufgewertete Serie zu der. Das ist ja hier Paper Stock, also Papier. Und dann ist es dicke Chrome. Also, quasi in der Qualität alles. Plus, deutliche Aufwertung, was nochmal, wahrscheinlich Dual Auto, Triple Auto, wer weiß, was sich Tops einfallen lässt. We will see. Wann kommt denn Chrome? Das ist ja notwendig. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt circa vier bis sechs Wochen dauert. Grob. Würde ich so schätzen. Okay, Marcel, Box 1. Querschnitt sagt uns nichts. Loto Dublin. Eine No Staring Ardagüla. Ich sage dir eins, Marcel. Das ist aber sowas von Ebay, das Teil. Ich packe dir die mal lieber ein. Die sehe ich bei Ebay. Das ist aus einer Auktionskarte. Oder bei Minzy in der Story sehe ich die. Ja, wenn man neu ist, ist das erstmal viel. Kein Problem, Bemblechicker. Du kannst gerne fragen. Alles gut. Komm gerne auf unseren Discord. Auch da wirst du erstmal erschlagen von der Fülle von Threads und so weiter. Aber... Oh, die ist nice. Paris Brunner. Rookie Number. First Ever Paris. One Night in Paris. Ein K. Nicht so viel. Von Select. Was ist mit Select? Erstmal kommt Select Serie A als allererste. Danach muss man mal weitersehen. Und ja, davon kriegen wir weg. Aber die Zuteilung international ist brutal. Da ist wieder Ada Güler. Skamaka, der Liverpool-Töter. Okay, das heißt, wir haben die Numbers von Paris Brunner. Wir haben Ada Güler. No Staring. Wir haben Bruno. Wir haben die Chrome. Da war nichts besonders bei. Aber ich sag dir eins. Ada. Achso, du holst sie ja nicht direkt ab, ne? Ah, okay. Manche die Woche ist es... Jetzt, Vogel, du weißt ja, das Ding muss am besten heute rein. Ich denke, Chrome so vier bis sechs Wochen. Hab aber keinen genauen Termin. Wird auf jeden Fall... Aber wird auch... Muss man auch Bambel-Checker dazu klar sagen. Die Box kostet 80 Euro. Chrome wird... Ich sag mal... Was hat letztes Jahr Chrome gekostet? Chrome Hobby? Sorry, Real. Es kostet jetzt Real Madrid und Arsenal fehlen noch. What? Wo sind wir Svenic? Über was reden wir? Ich bin falscher Chef. Querschnitt sagt Memorabilia. FIFA Roto Glory Moin. Dann... Silva. Lewandowski. Rodri. Krohmer. Letztes Jahr. 220. 220. Letztes Jahr. Dann hoffe ich dieses Jahr... Vielleicht... 199. Ja. Das wäre geil. Vielleicht. Das wäre ja nicht. Wieder Paris Brunner. Rookie. Starball Gold. Ja. In dem Bereich... Die Druckbuff für den Hattrick. Olympique Marseille. Die nächste Nummer kommt von Antoine Griezmann. Kobi Mainu ist auch drin als Future Star. Noch gar nicht gesehen. Santiago Jiménez. Marco Gila. Daichi Kamada. Pierre-Emerick. Und Pedri. Und... Alan Shearer hat auch mal einen Hattrick gemacht. Für Newcastle. Und die Memorabilia in 1-ish. Und wenn es Base ist, ist es 5,50 BT. Vielleicht liegt es auch daran. Kyle Walker. Kylo. Waren in Chrome Autos garantiert? Ja, ein Auto in Chrome immer garantiert. Aber die Aufwertung haben es gemacht. Letztes Jahr. Das war einfach... Das war einfach geil. Einfach geil. Also Brunner Starball, Griezmann und Kyle Walker. SP habe ich jetzt keine gesehen, Marcel. Aber vielleicht guckst du nochmal durch. Wobei der Chat ist sehr, sehr wach heute. Zweite. Außer erstes... Ja, Leid will ich auch gar nichts mit zu tun haben. Ich hoffe, die kommt es ja nicht. Bei Formel 1 Tom gab es kein Leid. Deswegen ist meine Hoffnung, dass es bei Soka auch so ist. Der echte Ronaldo. Luka, Foden und Lautaro Martinez. Ups, da moin. Stimmt, in einer Minute laut den Infos hier im Chat droppt die Box bei Tops. Aber Angaben immer ohne Gewähr. Und YouTube. Google sagt mir morgen Pollenflug. Das ist Bescheid, Paul. Morgen richtig einatmen, nicht in die Nase. Okay, wir machen wieder Querschnitt für Herrn Spades. Wieder nur Relic, wie es aussieht. Julian. KDB. X-Wallot, alles bestens. Was geht bei dir ab? Das ist ein Bappe. Bandog. Gar nicht mehr gelogen. Griezmann. Ja, ist ja auch. Warte mal ab. Griezmann hat schon wieder numbert als Smoky Blue. Jetzt, die Seite gibt es ja nicht. Aber ich sehe es vorne. Wenn ihr die Boxen bei TCC sind, die sind schneller, Boy. Ist richtig. Äh, Alicho. Ja, kommt jetzt auf jeden Fall. Ist gerade Server down. Ja, man sieht es vorne. Ganacho Starball. Marcel, wie findest du die Starball in Gold? Kamavinga. Das ist echt eine Tatsache. Wer bei uns bestellt, kriegt sie früher. Das ist so. Und die zweite Relic ist, glaube ich, ne, ist diesmal nicht Base. Ist aber auch 299. Tiago Alcantara. Da ist es. Ja, das ist aber nur der Link zum Ding. Bei Now geht man hier nicht. Also. Ist nur die Hauptseite. Also man kann auf den Link klicken, es passiert aber nichts, mein Vogel. Also Griezmann numbert, Alcantara Relic numbert, Chrome und das. Moin, können eigentlich in den Schwarzbäcker... Angeblich ja. Angeblich ja, wir haben aber noch keine gesehen. Link ist schon da, aber noch nicht verfügt. Gucken, ob der Preis am Ende passt. Ansonsten wird es teurer, 20 Euro. Ab morgen 400. Ja, Marcel wollte doch... Ne, wir wollten doch Laminia mal Auto ziehen. Und was haben wir? 2 fucking Relic. 80 Euro bei Zops. Ja, wie gesagt. Ja, jetzt geht jetzt. Ja, okay. Okay, Leute, ist drin, ist drin. Das Bild braucht man nicht mehr so mit unserem Zufrieden. Ja, ja. Du hast ein schönes Bild gemacht. Minjay. Now staring. Jamie Beinu Gittens. Das hast du können. Robert Lewandowski. Mhm. Das ist eine Image-Variation SP von Paris Brunner. Auch die. Gleiche Prinzip wie eben, Marcel. Am besten das Bild. You know. Ausrufezeichen. Beistelltisch-Numbered. Rico Lewis. Jared Bowen. Ich hoffe, bei euch morgen früh eine zu bekommen. Pulisic. Also SP doch so in jeder dritte. Ja, aber ich glaube, war es nicht letztes Jahr teilweise zwei Flagships, zwei pro Box. Völlig übertrieben. Aber gefühlt waren es viele. Ja, auch so viele. Die haben wir dann auch graden lassen. Das ist kacke. Benjaminschesco zu 250. Casimiro. Und Duran Will. Also, ich würde sagen, die Paris Brunner SP ist es gewesen. So blöd wie es klingt. Das ist die zweite. Da haben wir nur noch eine. Kommt ein Auto aber für Marcel. Da gibt es ja auch zwei Sorgmutter, die man dann nehmen kann. Brunner und Duran Will. Und Duran Will, wenn man es hilft, weil es gibt. Ja, ja. In Chrome dann. Ja, ja, ja. Also überhaupt nicht im Treff. Ja, da sind ein paar drin. Auch Barsa mit Lamine. Ich finde immer noch ein Mies Meili ganz geil. Also der Jahrgang wird nicht schlecht. Ist der noch ein Rookie dann? Eigentlich dürfte er nicht, aber er hatte hier eben ein Logo drauf. So, dritte Box. Nochmal Daumen gedrückt jetzt für Marcel. Hinten sehe ich nix. Rasmus Schölli und Kevin De Bruyne. Gavi und Rivaldo. Mann, Marcel, ey. Was machst du denn? Rocca auch drin. Ich glaube nicht. Kein Victor Rocca. Zu spät gekommen. Oder vielleicht wegen Brasilianer Lizenz. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht ist er in der Checklist. Kannst du dir gerne angucken. Fizzeige. Weil da gibt mir ein Ausrufezeichen Flagship. Da hat Olaf von Collectors das alles vorbereitet. Ich habe zwei Boxen bekommen. Hättest du ihn mal bei uns geholt. Wärst du schneller gewesen? Mann, du, du, ey. Sprinting Plater drin. Ja. Diesmal im Querschnitt keine Relic. Aber ist ja auch nur die Hälfte. Also wir starten mit Randall Kolomuani. Obame, ja. Da, wo. Ah, aber die, nee, nee. Das war in den On-Demand-Sets. Und die waren 23, 24. Starbole, Louis Meilig. Kommt da in Toplo oder so? Andy Cole. Da passiert's. Gold Gaza. 32 of 50. Paul Giscoin. Und zwar in Trikot. Der Trikot bei den Rangers. Schick. So cool. Auch guck mal die Unterschrift. Richtig, richtig schön. Geht doch. Also dann ist die Quote wieder passend. Dann auch noch ein Number Legend Auto. Sagen wir gar nichts. Geht klar. Minzi, oder nicht? Ist der nicht Gaza? Oder war das mal? Ja, ich meine. Also es wird erscheinend. Kiga Number P. Boah, jetzt überlebt mal. Da war das Ford, 4, 5, Marcel Desai. Da war ein SB, das Case hier unten. Die ersten beiden waren jetzt schon im Vergleich nicht so gut. Und da sind noch Boxen drin. Coop Miners. Skamaka. Und Beino, bitte, das unterschreibt. Da kommt er gut. Und ich weiß nicht, wer es eben war. Vor 20. Da hat mir noch einer geschrieben. Die Autos jetzt nicht hier. Die Flug von Tonaris und solchen Bots. Das ist ausgehend. Ja, definitiv. Das wird ja dann noch mal aufgewertet in Chrome. Komisch, ja, sieht nicht sofort aus. Wieso das denn? Das ist Flagship. Riesenstückzahl. Das muss man ja alles immer realistisch und in vernünftiger Relation sein. Wir reden ja hier nicht von On-Demand-Produkt-Inception oder so. Das ist ja auch schon mal aufgewertet. Ja. Kornal und Torre zum Glück gar nicht drin. Ja. Sieg an das SSD mir vielleicht nochmal. Ja. Und die Mahn-Zell wäre jetzt groß. Das hat keine Ahnung. 20.000 Boxen, jedes Tag 200.000 oder so. War doch völlig klar, dass das nicht sofort ausverkauft ist. Ja. Jetzt schreibt von hinten Out-of-Stock. Jetzt schreibt er das als Verkauf. Ist wirklich jetzt Out-of-Stock nach sieben Minuten? Das wäre absolut gestört. Aber der deutsche Markt ist auch verholt. Ja, stimmt. Ist einer der Stärksten. Da ist eine No-Staring-Kane. Julian. Wie ist das denn in... Ja, ja, im Badekopf sieht man das. Haben wir hier noch irgendwas? Hier kommt eine grüne Jury-Telemans. Benzema, Moukoko. Jo, ist weg. Ernster? Ja, du auch. Ne, beide. Anscheinend. Schauen wir das halt nicht vor. Das ist richtig, richtig krank. Ja, hätte ich auch nie gemacht. Der nächste. SP. Alan Shearer, Newcastle. Jo, noch mal. Legend. Das ist eine gute Buchs. Ne, wir haben leider nicht mehr Blut bekommen. Ja, komm ey, beruhig dich. Sind wir selber schuld. Wir haben eine Menge durchgegeben, aber wir dachten, wir holen nicht mehr. Jetzt im Nachgang kann man das immer leicht sagen. Ich habe gefragt, das heißt geht nicht. Heißt für uns hätten wir direkt mehr kaufen müssen. Kannst du dir nur einen eigenen Kopf packen. Dann brauchst du vorher Checklist. Hatten wir aber nicht. Ne, ja. Also, unsere Menge ist super. Ja, ja. Marcel. In der letzten. Ich würde sagen, das war die beste. Ein Gaza-Auto. Zu 50. Porges Coyne. 32.50. Alan Shearer. Newcastle. SP. Louis Miley. Newcastle. Rookie. Golden Starball. Judy Tiedemann. Und Nathan. The last thing now is Ander Eriksson. Bist du da? Ansonsten haben wir deinen Segen. Ich weiß. Nee, ich glaube nicht, dass da nachgelegt wird, André. Tops hat noch nie nachgelegt. Preis-Leistung ist super. Ja. Sonst muss Checker suchen. Er ist da. Ach, ja. Gerne, Marcel. Jetzt ist die Frage, André, was hast du denn gehört, was Leute an Cases haben? Das schreibt mir bitte mal bei Discord jetzt. Da bin ich gespannt. Was ich da rumgesprochen habe. Nein. Wer hat geflext? Na eben, das muss ja dann auch einer offen kommuniziert haben. Wer macht das schon? Erik, auf geht's. Ich habe euch gerade mit anderen geschrieben. Ja, frag mal. Die beiden letzten heute. Wo sind wir dann geendet, Zervos? Hast du mitgeschrieben? Ja. Dann bekommst du erst mal dein Promo-Pack. Hat mir auch ein paar geholt. Alles für Marco. Nee, da ist noch ein Number drin. Oedegaard. Winnie. Wenn sie mal, dann drücke ich die Daumen. Oh, die ist nice. Rasmus, Höldi und 99 grün. 31 Boxen sind es am Ende. Ja. In vier Stunden 19, also viereinhalb plus die beiden Oregons. Geht klar, oder? Ja. Aber, jetzt stell dir vor, ich hätte es auf herkömmlichen Wege gemacht. Der hätte es locker sechs, sieben Stunden gedauert. Und die Base-Karten irgendwann, die machen dann halt gar keinen Bock mehr. Relic schon auf Ebay. Ja, die Boxen sind teilweise gestern schon da gewesen bei uns auch. Kam meine Bestellung schon? Äh, Asaki? Du bist wahrscheinlich Tarn. Ja, die haben wir gemacht. Ich kann dir sagen... Ach nee, ist schon wieder verpackt. Das kann ich dir nicht machen. Müsstest du dir... Ich weiß nicht, wie viel... In welcher Stelle im Stream. Aber ja, war schon. Du hast uns ja das Go gegeben. Ich hab... Wer hat noch einen Schutz bei E-Mail geschrieben? Okay, wir starten mit dir. Der ist Lukas. Von Stream. Ist das der? Engländer? Ja, ja, der Engländer. Ja, der zählt nicht. Der zählt nicht. Der ist ja auch der Einzige, der in England Ware bekommt. Ja, genau. Warum? Wie viel ist das für eine Zahl? Das ist kein Deutscher. Ja, UK liegt immer mehr. Man sitzt da unten. 10 Kälber hat schon mehr als so ein bisschen... Ja, ja. Das ist ein anderer Maßstab, ja. In UK... Ich glaube, da kriegen zwei Leute... Also er hauptsächlich... Und er kauft noch zu. Ja. Der kauft von sowas 50 Cases. Easy. Ja, ja, aber das zählt nicht. Wir haben hier einen größeren Wettkampf in Deutschland. Ja, für mich ist das gar kein Wettkampf. Ja, wie soll ich es nennen? Mir ist... Also, ganz ehrlich, der könnte auch 1000 Cases haben. Ja, nee, ich warnte nur wegen der Verteilung. No Staring Thuram. So viele Boxen und kein Lamina. Ja, ist nicht so einfach zu treffen. Ja, Timbugi. Die werben damit, aber was meinst du, wie viel es davon gibt? 10? 20? Ich glaube nicht, dass der Flächendecken da drin ist. Weil du musst dir überlegen, die haben ihn jetzt. Das wäre strategisch total dumm. Also, schlau damit zu werben. Ja, UK ist... Ich dachte, du redest von einem deutschen Händler, André. UK ist was anderes. Also, Lamine. Schlau damit zu werben, aber es wäre richtig blöd, viele in Flagship zu packen. Finde ich. Strategisch. Bukaius Saka in grün. Wie ist zu 199? Wir müssen noch irgendwas, was wir noch nicht hatten, Erik. Es gibt auch 120 verschiedene Autos im Set. Also, bei... Ja, und davon wird er nicht zu 99 drin sein. Hier, Isak und... Wer ist denn der andere? Äh, wer ist der andere? Hier, wir brauchen die Newcastle Fans. European Knights. Das war so schnell in Deutschland ausverkauft. Das war so schnell in Deutschland. Oh, was ist das denn? European Knights, Erik Lamela. One of five. Insert. Ja. Sevilla. Die nächste zu 5. Wir hatten zu 5 Autodesai. Jetzt ist die zu 5 von... Alle drei Numbers in der ersten Hälfte. Jul... Ne, das ist nie im Leben Julianton. Auf eBay habe ich einfach zu 50 gesehen. Was ist für nur zu 50? Die besteht mit Auto oder Mie. Ach so, ja. Äh, das ist... Das ist nicht Julianton. Ich guck mir das Bild jetzt nochmal an. Wo ist das? Ne. Das ist nicht Julianton. Ich weiß, wie der Typ heißt. Aber es fällt mir nicht ein. Niemals ist das Julianton. Und im Discord auch in Amerika zum Beispiel bieten die Cases an für Leute, Normalstift. Da ist dann der große Mahler... Ja, in Amerika, da kriegt jeder 100 Cases. Ja. Also wir haben hier Saka, Sterling und... Könnte Wilson sein. Ne, Callum Wilson ist das auch nicht. Willock. Nico, danke dir. Erik Lamela zu 5. Einer der stärksten Nummerierung heute nach dem zu 5 Auto. Das ist definitiv Willock. Joe Willock? Ja. Nico hat recht. Safe Willock. Matrota, guten Tag. So, Erik, das war doch schon mal was. Du hast direkt mal den Numbut-Rekord gebrochen. Das Auto mal ausgeklammert. Ja, ich will auch nicht wissen, was in Amerika heute... Cyrus, was meint ihr das? Soccer Breakers FC heute durchdonnert. Da wird von irgendeinem Mitarbeiter 30 Cases geöffnet. Da werden Stapel gebaut und dann geht das so... Ratatatatatam. Das ist nicht ganz der Deutschland zugeteilt. Kriegt modernen Abenteuer. Dagegen bin ich langer. Sehr langer. Okay. Erik, wir schauen mal. Es ist auf jeden Fall ein Relic. Ganaccio. Die ballern durch wie die Irren da hin. Barella. Das ist viel, viel krasser. Da, wenn du denkst, das was ich heute gemacht habe, ist viel. Da gibt es Breaks, die angeboten werden. Dann 10 Caser, 20 Caser von sowas vielleicht noch mehr. Da wird in einem Tempo durchgehauen. Das ist absolut verrückt. Ja. Davon mehrere am Tag. Ich würde sagen, so einer wie Soccer Breakers FC kauft von so einem Produkt und bekommt auch... Es geht ja auch um Zuteilung. Da siehst du, wie groß der Markt in Amerika ist und wie klein noch hier. Wir zum Beispiel könnten auch deutlich mehr Zuteilung, aber es ist so eine Sache. Ich sage, der bekommt 200 Cases. Ja, locker, sage ich auch. Ja. Wenn nicht, wenn nicht sogar mehr. Ja. Sabitzer Starball. Die wunderschöne Erling Haaland Hedrickkarte. Hier kommt Alan Varela Nambad. Dagegen arbeitet Tito in Mode. Ungelogen. Das ist eine ganz andere Welt. Ederson. Aber das ist dann auch zu heftig, weil die machen das ja auch mit schönen Sets, wo man sich ein bisschen Zeit nehmen sollte, müsste und prügeln die durch. Da weiß ich nicht. Kurt, war? Das hat, finde ich, auch nichts mehr mit dem Hobby zu tun. Da ist wirklich die Hits rausfilter. Das ist richtig Arbeit bei denen. Einfach nur auf Masse öffnen. Von dem Kunden her arbeiten und vom Kunden her, die tragen sich in den Brakes an. Die gucken auch gar nicht zu. Die interessiert das gar nicht. Die haben das Vertrauen, dass der Breaker ihm dann die Hits zuschickt. Und dann guckst du, was habe ich denn eigentlich. Darwin Nunes Relic zu 9,90 ist es geworden. Dann hier noch die... Ja, das ist eine andere Welt. Das ist mir zu heftig. Zu schnell, zu viel. Kauft ihr euch in Brakes ein und euch wäre es scheißegal, ob ihr das seht, einfach 10 Cases eingekauft und nach einer Woche oder zwei kriegt die Post und seht, oh, guck mal, das Lieber war geil. Klar, du wirst vielleicht drauf markiert, wenn es richtig gut war. Bei Erik, das war die erste, aber ihr wisst, was ich meine. Nee, bei sowas in Amerika tickt die Hobbywelt anders. Hier ist das alles noch mit so bedacht und gerade was On-Demand entgeht, verstehe ich den Ansatz, aber in Amerika, wenn Release ist, ist Release und dann soll geballert, dann muss geballert werden. Da gibt es an einem Tag, wie war das? Ich habe das in den Discord gepostet. Hat einer die Zahl noch parat? Release, Daystream, Soccer, Breakers FC. Was habe ich da reingeschrieben? 23 Stunden oder 17 Stunden? Wie viele Cases waren das? Weißt du das? Was war das für eine Serie? Hm, irgendwas hatte ich gepostet, weil ich das in der Insta-Story bei dem gesehen habe. Our World Record Stream, Thank You, 36... Ja, Finest Euro, das war das. Ah, Finest Euro. Cases, ne? 36 Cases? Ja, ja. Das waren mehr. Nee, nee, das überleg dir das doch mal. 36 Cases, Finest Euro, das war das? Ich finde TFF-Tempo gerade noch so akzeptabel, aber alles darüber habe ich mir noch nie angeguckt, kann ich nichts zu sagen. Ja, okay, ein paar Anglis, das ist echt geistesgeschützt. Ja, auf jeden Fall crazy. Okay, die letzte Flagship, ich wollte schon Feines sagen, 288 Boxen. Irgendwie die 23, 17 Stunden. Ja. Unser Rekord liegt, glaube ich, bei Tier 1, letztes Jahr, Releasetag, 15 Cases oder so. Ja, das war viel, das stimmt. Aber das ist ein Produkt mit 12 Boxen und in jeder Boxen 3 bis 4 Karten. Das ist... Aber lass uns jetzt wieder auf Tito konzentrieren. Okay, ist die letzte, Fermin Lopez, Rookie, Orkun Kökschu, Lionel Messi, wunderschön, da gibt es direkt wieder den Top-Loader. Und die letzten, Erik, auf geht's, kommt nochmal irgendwas. Wobei, du hattest die Lamella zu 5. Also numerisch war das top. Was würde bleiben? One of One oder bitte eine wenigstens SSP. Damit ich diese drei Buchstaben mal lese. Aber vielleicht reden wir jetzt, wenn wir dann bald zu 2, 3 Cases anbieten, mal gucken, wie wir es dann machen. Also so schnell wahrscheinlich niemals, aber vielleicht trotzdem ein bisschen anders. Okay, Erik, ich sehe im Querschnitt Nikkelsen. Nikkelsen. Mosala. Jesus als Road to London. Barella und Kroos. Neymar Hattrick. Eine grüne Isaac Babadi. 199 Rookie PSV. 48 Cases. Laut Insta-Post haben die 48 Cases Feinest. Überlegt euch das mal. 48 Cases mal 8. Also das ist nur Stapeln, Case-Stapel. Also erst Box-Stapeln, dann stehen da 8 Stapeln. Dann geht das, dann sieht man ja die Hits und die zeigen dann auch wirklich nur eben die Dinger, legen die dahin. Und dann geben die das auch direkt weiter, weil es Top-Loadet und Sleeve doch ein anderer. Ja, und dann ist das doch auch PYT oder so. Boah, Alter, muss das doch sortieren. Ja, der hat seine Lakaien, die das sortieren. Lamine Jamal. Ja, gar kein Loka. Alter, das ist dann auch einfach Fermi Lopez stark. Rookie Number, das ist zu viel. Das hat dann nichts mehr mit irgendwie auch Gucken und Genießen zu tun. Das ist dann wirklich ein Akkord. Und Jiménez. Also wir hatten die Messi da. Fließbandarbeit im Hobby, ja wirklich, ne. Das ist so, Henry Ford wäre stolz auf euch. Zwei Namen hat Eric Com. Base-Spot. Ja stimmt, das machen die auch. Base-Spot, dann wird nichts sortiert, Vogel. Hast du nur die Hits? Ja, natürlich. Und der Base-Spot bekommt alle Base-Carten. Ja, am Ende wird auch die sortieren. Ja, gut. Jeder, wie er möchte. Wir werden auf jeden Fall unsere Frequenz bei den 2-3 Case-BYTs verändern. Mal was Neues einbauen. Vielleicht auch in Zukunft an so Stream-Tagen so wie heute. Das waren jetzt fast drei Cases bei UCC Chrome auch. Aber dann kommt man lieber nochmal online. Man muss ja nicht am ersten Tag 10 machen in 15 Stunden. Man kann ja auch 3 machen und dann tags drauf wieder. Ich sehe keine Rehre. Komm, ey. Die letzte nochmal bitte. Die letzte nochmal bitte. Alexander Isak in pink. Erling. 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 Kolomoane ist Starball. Michael Owen. Haben wir ein Head-Trick gemacht. Das war für Liverpool gegen Spartak. Da ist es. Es ist ein João Pedro. Breitenhoff Albion zu 50. Der fehlte zuletzt. João Pedro. Ich würde sagen auch First-Seiner. Einfach mal so. Aus dem Bauch raus. Aus dem Bauch raus. Sharon, du. Kamavinga. Kamavinga. Das erste Mal Luca Romero. Now staring. Irgendwie sind die Bilder voll unschauig. Erinnert sich auch in meiner Buchse. Antonio Silva. Dann haben wir Barella. Laminia mal als European Knight Insert. Und Ben Doak Liverpool Blue Rookie Numbers. Ein Auto noch getroffen, Erik. Laminia mal Auto zu 50 bei Ebay online für 5k. Ja, das heißt ja nicht, dass es dafür weg geht. Also ich kann es auch für 20k einstellen. Der tatsächlicher Preis. Ich würde jetzt einfach aus dem Bauch raus schätzen. Zu 50 das erste Mal Auto. Da ist bereit einer 2 für zu bezahlen. Ist schon richtig teuer, aber ich glaube irgendeiner macht es. Irgendwie so. Also João Pedro. Zu 50 Auto. Ben Doak. Babadi. Fermi Lopez. Und die Messi aus dem Formpack. Vielen Dank wie immer an Erik, der bei jedem neuen Release eigentlich immer am Start ist. Und dann haben wir jetzt 4,5 Stunden rum. Haben 31 Flagship Boxen geöffnet. Mit 2 Origins. Hat mega Bock gemacht. Aber ich würde sagen, das reicht, oder? Vielleicht noch den Laminia mal zu 5 für uns ziehen. Wobei wir hatten first. Wir sollen reißen. Alles gut. Servus, macht die Statistik. Aus 31 Boxen, 16 Patches, 14 Autos. Also ihr seht, quasi 50-50 finde ich mega gut, wenn man bedenkt, dass das Patch-Auto dabei war. Wir hatten ein Case-Hit, obwohl wir fast 3 Cases weg haben. Das ist diese Mojo. Und 10 numbered Chrome Preview aus diesem schwarzen Preview-Pack, was beiliegt. Die Hits sind schon verpackt. Es geht schnell hin. Also, das ist doch stark. Danke, danke, Zerberus, fürs Mitschreiben. Ist jetzt für so eine neue Serie. Aber jetzt mal, sollen wir jetzt ehrlich? Ja, ich habe den Satz gelesen und gar nicht darauf reagiert. Vogel hat ihn gelesen. Wer so schreibt, der kriegt von mir gar keine Antwort. Internet. Ja, aber das ist schon richtig. Zeig mal die Hits. Junge. Junge, genau. Oder Bro. Bro. Bro, zeig mal die Hits. Was müssen wir jetzt nochmal? Äh, ich will euer Fazit. Achso. Wer hätte gedacht, dass Flagship so ist, wie es heute ist. Aber jetzt so euer Fazit. So einfach mal aus dem Bau raus. Zwischen 1 bis 10. Also, dafür, dass es eine Flagship ist. Ich habe gedacht, dass es wird eine 4. Es war mindestens eine 7. Ja, wohin es Männer sind, wir sind uns einig. Viel besser als gedacht. Fabian. Für den Preis 8 bis 9. Butterbrot schreibt 5. Bambelchecker schreibt 9. Er geht halt hin. Tim Bukia. Preisleistung 8 von 10. Ich finde es auch erstaunlich gut. Hätte ich nie gedacht. Das ist ein 7 für FSN. 7 ist ja immer ein Euro. Echt gut, ne? Also, ich sag's jetzt noch einmal. Das als Grundlage und Vorlage für Chrome Hobby. Oh, shit. Also, wirklich. Oh, shit. Weil der Sprung letztes Jahr von Flagship, das echt nicht geil war, auf Chrome Hobby war riesig. Wenn jetzt das so gut ist und der Sprung wieder so wird, was soll das dann geben? Frag ich mich. Ich bin total gespannt jetzt. Also, an alle, die dabei waren, vielen, vielen Dank. Wir schicken das morgen raus. Übers Wochenende gibt es, zielt alles. Origins, Frankfurt, Flagship, Putera, die neue Bundesliga International Stars, die letzten Knockouts. Also, alles, was so da ist. Man muss ja auch mal klar sagen, wie viel darfst du bei dem Preis in dein Produkt reinpacken ohne die Abstimmung. So ist es. Da muss man auch unternehmerisch mal kurz den Gedanken fassen. Da bin ich ganz bei dir. Das machen die meisten nur nicht. Und vielleicht Montag wieder. Und entgegen meiner ersten Annahme definitiv auch nochmal Flagship im nächsten Stream, weil bockt. Also, ich habe wirklich gedacht, ich habe es satt nach 10 Boxen, aber jetzt sind es 4,5 Stunden, 31 und ich habe immer noch Lust drauf. Das ist gut. Und deswegen gehen wir da auch nochmal rein. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Genießt das Wetter, wobei ich gar nicht weiß, ob es gut wird. Wir hören uns. Danke, danke an alle. Und macht euch ein schönes Wochenende. Aufruhe und goodbye. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.